Gamescom, Gamescom, Gamescom 2022. Ich hatte erst überlegt, so Vlog-Styles zu machen. Aber, pfff, was willst du da groß machen? Also keine Ahnung, ich hab da viele Leute rumlaufen sehen, die haben das gestreamt. Aber bei mir war so, ich fahre erst in den Wegen der Leute dahin. Klar interessieren mich die Games grundsätzlich als Gamer, aber als Kanalbetreiber, wenn du kein Infotainment oder so machst, oder Infocontent oder irgendwie so wirklich über Gaming berichtest, sondern halt selber nur zockst, dann ist das eher so, okay, da weißt du, das sind interessante Spiele, die kann man irgendwann mal bringen. Aber jetzt nicht wirklich berufsrelevant. Da sind die Kontakte wichtiger, die man kennenlernt, mit denen man da zusammenkommt. Und halt bei mir genau das Gleiche wie auf Festivals mit Wacken, einmal im Jahr halt die Leute treffen, die man halt nur da sieht. Oder halt auf irgendwelchen Events. Von daher, also war es schon geil. Aber also jetzt nicht so wirklich der Stuff, aus dem man jetzt supergeile Vlogs macht. Und deswegen dachte ich, ich rede einfach im Chat mit euch drüber, im Chat ja, im Stream. Und vielleicht lade ich es dann hinterher noch auf Eddie Uncut hoch, dann habt ihr da noch so einen super verstrahlten, heiseren Podcast, den ihr euch im Hintergrund anfeuern könnt oder so. Und können wir aber kurz ein bisschen schnacken. Vielleicht waren ein paar von euch ja auch da. Jetzt muss ich mich erst mal schon wieder bedanken. Hier, Schneeherd, danke für 21 Monate. Wolfpack, danke für sieben Monate. Zwischendurch kamen auch ein paar Donos und Subs rein, wo ich gar nicht gestreamt habe. Ich denke mir so, okay, danke. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Und irgendwie ist auch endlich mal wieder ein Video ein bisschen besser gegangen. Das heißt, so ein paar Abos sind hier auch, die man erst mal durchscrollen muss und so. Also ich finde es jetzt gerade auch nicht wirklich. Aber yeah, also grundsätzlich muss ich sagen, war es definitiv eine nice Veranstaltung. Ich habe viel Spaß gehabt. Ich bin von Montag bis Samstagnacht geblieben. Wir sind dann Samstagnacht halt nach Hause gefahren. Weil nachts fahren im Auto ist geiler. Hinten habe ich sechs Stunden gebraucht. Und zurück dann vier. Na gut, viereinhalb. Er ist dann Kollegen in Hamburg abgeschmissen vorher. Aber yeah, yeah, war auf jeden Fall stabil. Du hast aus Samstag und Sonntag nur Monte geschrien. Ja, das Monte, also Monte ist tatsächlich direkt an uns vorbeigelaufen durch diesen ellenlangen Gang. Also den einzigen wirklich längeren Gang, den es da gibt, der nachher zu den Rolltreppen führt. Wer auf der Gamescom schon mal war, weiß, was ich meine. Und also das ist ein Thema, was definitiv bei mir heute auch so ein bisschen auf der Speisekarte stand. Und ich möchte nur kurz vorweg sagen, dass Monte da natürlich nichts für kann. Weil er ist derjenige, der da einfach langläuft und ein Interview gibt. Und ich glaube, das war auch nicht von ihm aus, sondern das war halt wirklich ein regelrechtes Interview. Und dabei sind es halt über die Gamescom gelaufen. Und da war so ein Pulk von Kameramann, Interviewdude, Monte, natürlich noch ein paar, die sowieso dann damit abhängen. Und dann halt so eine komplette Traube aus Securities, die halt so Arm in Arm sich da durchgekloppt haben durch die Menge. Also das meine ich nicht im übertriebenen Sinne, weil wir tatsächlich jemanden persönlich kennen, der da weggetackelt wurde, ein ganz kleines Mädel. Und die dann auf dem Boden lag und auch Füße abgekriegt hat und so. Und das zum Beispiel ist nicht so geil. Also ich habe es halt auch mitgekriegt. Also mich haben sie nur, weil ich stand nicht direkt im Weg vor den wichtigen Leuten, sondern halt so ein Stück beiseite. Aber ich wurde auch erst mal umgerempelt. Ich denke so, hä, was denn jetzt? Auf einmal höre ich das Geschrei. Ja, dann sehe ich, gucke ich so nach rechts und sehe Montes Gesicht so einen Meter 50 von mir weg. Und die Securities halt, wie die da, also die Leute sind halt gefühlt links und rechts vor diesem Pulk durch die Gegend geflogen. Jetzt ist es ja so, dass du auf der Gamescom normalerweise ja auch diesen Doppelverkehr hast. Die meisten laufen wie im Straßenverkehr. Rechte Seite in die Richtung, linke Seite der Gegenverkehr. Die sind natürlich mittendurch, weil, klar, also kleines Feedback. Wie gesagt, Monte selber kriegt das nicht mit. Wenn er da in einer Traube ist, der gibt da sein Interview. Der checkt bestimmt nicht, ob irgendwer vorne, wo er gar nicht hingucken kann, irgendwie von den Securities weggeschleppt wird. Aber kleines Feedback an der Stelle. Einfach ein bisschen langsamer gehen. Vorne ein, zwei Securities extra haben, die die Leute schon mal anticken. Dass die Leute eine Chance haben, beiseite zu gehen einfach und zu gucken. Und wer dann nicht weggeht, den kannst du dann immer noch beiseite schieben. Dafür sind die Jungs ja da. Aber so geht gar nicht. Das ist echt, das ist eine Sache, das geht überhaupt nicht. Also, ja, na klar, wenn du so groß bist irgendwann, ist es schwierig auf solchen Veranstaltungen. Aber entweder macht man es dann gar nicht, rennt durch die Meute. Oder man muss halt langsamer gehen und das ein bisschen feinfühliger machen. Finde ich persönlich einfach. Die haben keinen Zeitdruck. Die geben da ein Interview. Die können auch langsam gehen und dann musste auch keiner umgekloppt werden. Und wenn dann Leute halt tatsächlich wirklich zu Boden geknüppelt werden und einfach niedergetrampelt werden. Und das war nicht von irgendwelchen Fans oder so. Und klar, Sicherheit für ihn geht natürlich auch. Ist wichtig. Aber, ja, man muss halt, finde ich, persönlich dann gucken, wie man das organisiert. Und nicht so. Also, das war wirklich schlecht. Einfach schlecht gemacht. Und das war nicht die einzige Person, von der ich das gehört habe. Ich glaube sogar, also, was witzig ist, weil Edo Pär einfach ein Riese ist, der wurde, glaube ich, auch ziemlich umgerempelt. Den haben sie, glaube ich, einfach weggeschubst. Verstehe ich nicht. Also, man kennt es doch auch von Konzerten. Du tickst so ein bisschen auf die Schulter, dann gehen die beiseite und dann ist gut. Also, da schickst du ein, zwei Scouts vor, dann sollen die da so eine kleine Gasse bilden. Das ist doch auch für die Leute vorne geiler. Die drehen sich um und sagen, hey, Montel. Anstatt, pff, was zum, hä? Oh, Montel, ja toll, danke. Weißt du so, das ist doch auch ein ganz anderes, der ein oder andere denkt nicht wie ich und denkt sich, ja, der sitzt da drin, der kriegt es nicht mit. Der ein oder andere denkt, toll, Alter, Montel kommt, ich werde umgerempelt. Danke, Montel. Ist ja so. Schade. Aber viele werden das wahrscheinlich gar nicht differenzieren. Also, können sich gar nicht in die Lage reinversetzen. Keine Ahnung, wie ihr das seht. Keine Ahnung, ob das von euch jemand schon mal erlebt hat. Aber die sind da halt einfach durchge-yeetet. Regelrecht fühlte sich das an. Und, ähm, ja, viele Leute stratzen da halt super lahm arschig durch die Gegend. Ich kenne es selbst als Einzelperson. Wenn ich von A nach B wollte, ich bin immer um die Leute rum zickzack gelaufen, weil ich renne relativ schnell und die meisten schlürfen da halt so durch die Gegend. Aber damit musst du rechnen, wenn du über die Gamescom laufen willst. Mit so vielen Leuten. Ist wohl alles heftiger als erwartet mit den Leuten drumrum. Ähm, also das, was ich gesehen hab, die Leute sind denen zwar hinterhergelaufen und so und haben gerufen, die Fans auch und so weiter, aber die, die vor denen waren, die sind einfach nur, also wie gesagt, wir selber ja auch, wir sind ja in die selbe Richtung gelaufen wie er und die sind uns quasi in den Rücken reingerempelt. Nicht so schön. Klar, wenn das da eskaliert und so, schwierig, aber das ist halt eben die Frage, kann man dann noch so darüber laufen? Also ich finde, niemand sollte auf der Gamescom verletzt werden, weil jetzt irgendein Streamer da durch muss. Egal, wer das ist. Finde, jeder Besucher hat das gleiche Recht auf normale Behandlung ohne Verletzung. Das ist die Aufgabe von wem auch immer das organisiert hat, das zu gewährleisten. Also außer Leute, die natürlich irgendwie aggressiv werden oder aufdringlich oder so. Klar, dass die einer wegziehen muss. Aber auf der anderen Seite, also ich selber habe zwar keine Ausbildung in dem Bereich, wir haben ja schon ein paar Mal mit Security gearbeitet auch und ich habe auch ein paar Kumpel, die da arbeiten und du hast eigentlich, also wenn du eine vernünftige Firma hast, sollten die Leute eigentlich so gut ausgebildet sein, dass sie im Regelfall die Leute nicht verletzen. Selbst die, die vielleicht ein bisschen aufdringlicher werden und so. Aber war auf jeden Fall nicht so geil. Aber trotzdem immer interessant tatsächlich, um das nochmal abzuschließen, halt Monte mal quasi so in erreichbarer Nähe mal einfach direkt zu sehen. Also ich kenne ihn ja auch nur aus dem Netz. Und das war dann nachher auch mit unserer Streamer-Bubble, ganzen Rust-Leute und so halt super interessant. Die Leute, die man teilweise wirklich nur als RP-Charakter kennt, halt mal persönlich kennenzulernen und dann vielleicht auch nur an der Stimme erkennt und so. Das ist schon sehr, sehr geil gewesen auf jeden Fall. Also rein so von der von der Party war es gut. Ähm. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Supes. Äh, ich weiß gar nicht, wo habe ich mich zuletzt bedankt? Schneeherwürft. Ich hatte Dorfkind alle 16 Monate. Natürlich. Klar, das Dorfkind immer, immer am Support Ronin und Crucial Court, danke, 15 Monate. sehr optimal. Und, äh, so, jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen lesen hier. Haben wir noch irgendwas Relevantes zu Sorgen gehabt? Äh, nee, gestorben ist niemand, aber es wurde auf jeden Fall, äh, irgendein, ich weiß nicht, sogar die Freundin von Tanzverbot angeboxt worden. Auf jeden Fall ist da bei diesem Tanzverbot-Vorfall irgendein Mädel umgekloppt worden. Ja, das kommt noch dazu, ne? Also, er ist natürlich, das stimmt, was nicht die Mama gerade schreibt. Er ist natürlich auch am vollsten Tag da durchgerannt. Also, das ist natürlich keiner mal doppelt schlecht. Das hätte er locker am Donnerstag auch machen können. Oder am Freitag. Aber Samstag war halt auch nochmal die Hölle los obendrauf. Das stimmt schon. Äh, Gronkh war auch recht reflektiert seiner größten Person gegenüber. Okay, also das habe ich nie mitgekriegt. Aber ja, also es gibt halt auch irgendwann vielleicht eine Zeit, wo man dann sagen muss, gut, dann muss ich halt oder kann ich halt nicht durch die Meute laufen, sondern, ähm, muss mir halt was anderes überlegen, um dann ein Interview zu geben oder so. Äh, neue BF-Season ist gestartet auf der, auf Gefächtstation. Was, was, was? Wie die Season ist gestartet, Alter? Ich habe nichts mitgekriegt die Woche von Battlefield. Ich war ganz froh, dass das nur über YouTube über die Videos lief. Ja. Ja, dann habe ich mir ein, zwei Games auch so Backstage quasi angucken dürfen. Wir waren noch auf der Opening Trailer Night. Um jetzt mal ein bisschen zum Game-Teil zu kommen von der Gamescom. Ähm, der, also die Trailer Show, der ein oder andere von euch hat sie wahrscheinlich im Internet gesehen. Wir haben uns hingesetzt. Das war ein absoluter Witz von der Orga. Also, nochmal Gruß geht raus an die Gamescom. Tolle Veranstaltung, aber das war ein bisschen Schwachsinnig. Wir kommen an, halbe Stunde bevor es losgehen soll. Plätze waren ohne Ende noch frei. Du willst los, dir ein Bierchen holen. Gehst zum Stand. Nee, wir dürfen nichts mehr ausschenken. Ich so, gut, dann nehme ich halt Wasser. Nee, wir dürfen nichts mehr verkaufen. Ich so, wie, ihr dürft nichts mehr verkaufen. In einer halben Stunde geht das hier erst los. Nee, du hast keine Brezel mehr gekriegt, die da noch hingen. Du hast kein Wasser gekriegt, kein Bier, nichts. Du läufst da eine halbe Stunde hin, kommst durstig an und kriegst nichts zu trinken, weil die eine halbe Stunde vorher die Stände dicht machen. Wer macht denn bitte die Stände dicht bei so einer Veranstaltung? Da waren nachher sowieso noch Leute, die hinten standen an den Dingern. Hätte man sich auch von da aus theoretisch angucken können. Also, habe ich überhaupt nicht verstanden. Es hat überhaupt keinen Sinn ergeben, die einfach dicht zu machen. Zumal an dem Abend war ja nichts anderes. Es war ja nur diese Trailershow, also nur die Opening Night Live. Das heißt, sie haben da Stände hingestellt, die auf waren. Ich glaube, Einlass war 18 Uhr, wir waren halt 19.30 da und die machen die dann dicht. Und du denkst dir nur so, okay, nice. Und dann sitzt du da zwei Stunden, guckst den Trailer an, hast den übelsten Durst. Mal ganz davon ab, dass es noch der schlimmste Durst war, nämlich Bierdurst. Aber, also, dass du nicht mal ein Wasser gekriegt hast, ist halt lächerlich, finde ich so. Das ist das eine. Und als die Show nachher vorbei war, zum Inhalt können wir gleich nochmal kurz was sagen. Als die Show vorbei war, haben sie alle Leute, die in diesem Saal waren, durch eine Tür, nicht so ein Tor, vorher waren hier ganz Tore auf, in der Halle, durch eine Tür mussten alle durch. War recht so ein Trichter aus Menschen, wo du dir so denkst, okay, klar, auf der Veranstaltung würden der eine oder andere wahrscheinlich sich Corona holen, aber man musste nicht alle durch eine Tür durch jieten. Und das war beides an einem Abend. Dann die Soundanlage. Ich würde gerne mal so machen, aber es ist eher so, also, der Sound war so laut, so übersteuert. Lemmy von Motorhead hat sich im Grab umgedreht, weil das so laut war wahrscheinlich. Du hast kaum was verstanden. Manche Geräusche waren so, dass hat regnend in den Ohren weh getan. Und ich bin echt nicht empfindlich, wie gesagt, mit Metalhead. Ich ziehe mir Motorhead, ACDC, alles live gesehen. Laut, 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 laut. Aber das war einfach nur ekelhaft für die Ohren. Und generell, finde ich, wird es immer mehr so, und das auch zum Beispiel ja bei Wacken oft so, es geht teilweise ja gar nicht mehr richtig ums Thema. Da kommt ein Kojima, alle, wow, geil, was kommt jetzt, neues Game? Nö, Alter, Spotify Podcast. Klar, Alter, deswegen freuen sich alle auf News von Kojima. Direkt danach ein Mini-Pokémon-Edition als Gamer-Auto. So, Alter, du, ist Gamer. Zocken, sagt mir was zu spielen. Aber es waren auch ein paar geile Trailer dabei. Mein persönliches Highlight auf der Opening Night war Killer Clowns from Outer Space. Guter alter Trash-Streifen eigentlich. Und da machen sie jetzt ein Game draus. Dann hatte ich auch einen Termin. Ich wusste aber noch nicht, worum es geht. Das war so, ja, geheimes Game. Willst du da hin, ja oder nein? Ich so, ja klar, gucke ich mir an. Und stellst raus, das war Killer Clowns from Outer Space mit zwei Devs, die beide Hardcore-Fans von diesem Film sind und deswegen halt ein Spiel machen wollten. Und das jetzt mit den Leuten, die die Filme gedreht oder den Film gedreht haben, zusammen das Spiel machen. Das heißt, die arbeiten da so quasi mit ihren Idolen zusammen jetzt an einem Game. Was übel geil finde. Da muss man den Download ausmachen hier. Irgendwie scheint der Stream da ein bisschen drunter zu leiden. Aber das war, das sieht vielversprechend aus. Also es könnte auch Müll werden, man weiß halt natürlich nicht, weil da sind so viele Faktoren, die noch unklar sind. Aber es ist ein asymmetrisches, also reden darf ich darüber tatsächlich, es sind keine NDA, aber wir durften natürlich nichts filmen. Es wird ein asymmetrisches PvP-Game, wo sie, wo drei Clowns gegen sieben Überlebende sozusagen oder Menschen spielen. Und dann ist auch noch KI auf der Map. Und das klang richtig interessant und richtig abgefahren. Also das ist halt so richtig 100 Prozent nach diesem Film gemacht. Und die Dudes waren so Feuer und Flamme für ihr Projekt. Also klar, vielleicht waren die auch auf Drogen oder so, man weiß es nicht. Und natürlich, viele Leute, wahrscheinlich Entwickler, die an was arbeiten, freuen sich. Und wenn der Publisher das dann doch vermurkst, ist er blöd, weiß man jetzt noch nicht. Das kommt noch, glaube ich, erst irgendwie nächstes Jahr raus. Obwohl ich glaube, tatsächlich ist es sogar für Anfang nächstes Jahr geplant, bin mir aber nicht ganz sicher. Das ist jetzt nur so von meinem dresigen Biergehirn noch gespeichert, aber es kann auch was anderes sein. Aber das sah echt interessant aus. Als der Trailer kam, Alter, wir haben nur gelacht. dann muss ich persönlich sagen, natürlich sehr, 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 sehr geil. Dead Island 2 nimmt endlich Form an. Der Trailer, der CGI-Trailer, also dieser Animations-Trailer, den fand ich richtig gut. Richtig, richtig gut. Und Gameplay haben sie auch schon mal ein bisschen gezeigt. Und ich bin gespannt. Also es ist natürlich immer die Frage, Dead Island 1 ist ja, also meine ich, ziemlich sicher, von den Leuten, die später dann Dying Light 1 gemacht haben. Und wer weiß, wer jetzt an Dead Island arbeitet, an 2. Aber es sieht interessant aus. Der erste Trailer damals war ja schon geil, den dann Goat Simulator jetzt geklaut hat. Und der zweite Trailer mit dem Dude, der dann quasi einkaufen geht in der Zombie-Apokalypse. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, guckt euch unbedingt den Dead Island 2 Animations-Trailer an. Der ist wirklich sehr exzellent. Also hat irgendwie schon Bock aufs Game gemacht. Und dieses Life of Pi, wir wollten es eigentlich mal anzocken, ist ja so ein Souls-like irgendwie im Pinocchio-Universum. Das sah auch sehr interessant aus, aber da waren also jeden Tag 5 Stunden Warteschlange. Und das war es mir dann nicht wert. Also nur um vorher mal zu sagen, okay, ich hab's gezockt, dann lieber warten, bis da eine Demo kommt oder irgendwas. Ja, und natürlich ganz klar noch ein weiteres Highlight und Metal Hellsinger haben ja Konzert gemacht mit den Tracks, die da drin vorkommen und mit den, also auch mit den Musikern, die die Songs gemacht haben und so. Das war sehr fett. Allerdings war es in der gleichen Halle wie die Opening Night und der Sound war wirklich also wir haben erst so vorne schräg rechts vor der Bühne gestanden, wo normalerweise eigentlich der Sound immer gut ist. Dann war es aber so, dass sie wahrscheinlich nur die Boxen zu weit an der Bühne dran hatten und nicht noch zusätzlich welche. Die Halle war einfach zu breit. Du hast ja normalerweise nicht so breite Hallen. Eigentlich machst du ja quer, dass du möglichst weit nach da schaltest und nicht möglichst weit zur Seite. War nicht so clever geplant und in dem in dem VIP-Bereich, der da war, da sind wir rein und da war der Sound ganz geil eigentlich. Also dann so direkt quasi vor der Bühne war es okay, aber wenn man halt zu weit hinten, zu weit an der Seite und selbst Richtung Soundturm war der Sound nicht so Bombe. Das ist natürlich schon schade, wenn da geile Metal-Mucke läuft und der Sound ist dann Müll. Und ja, es war halt dann, fühlte es sich am Anfang nur laut an. War aber ganz geil. Ich habe ganz kurz mit Hand of Blood gesprochen. Ich stand da mit Fischkopp und Hanno stand daneben. Also Fischi und er kennen sich ja, denke ich mal. Die haben, glaube ich, auch gequatscht. Und Hanno hält mir so die Faust hin und ich so, moin, ich bin Eddie. Und er sagt, moin, ich bin Max. Ich sage, ich weiß, was Dümmeres ist mir nicht eingefallen, weißt du so. Ich meine, ich finde es cool. Er stellt sich sogar dann vor noch und so, aber du denkst dir so, okay, ja, klingt das arrogant, wenn er sagt, du weißt eh, wer ich bin, ne? Aber, also würde ich auch, glaube ich, niemand, egal wie bekannt ich wäre, würde mir mal einen Namen vorstellen. Ich finde, das gehört sich auch. Aber in dem Moment, du denkst halt nur so, hey, hello, geil. Als würde man ihn schon eh kennen. Und dann, ja, ich bin Max. Und dann so, ja, ich weiß. War auf jeden Fall nice. Groß ist er. Das war sowieso witzig. Du siehst Leute und denkst, Mann, bist du klein? Und manche Leute, okay, Hightower, let's go. War sehr, sehr nice. So, was, damit nicht alle fünf Minuten einer Aufstattung sich was holt. Deswegen haben sie, ja, aber dann machst du es nicht eine halbe Stunde vorher zu. Dann machst du es zehn Minuten vorher zu oder fünf Minuten vorher. Aber, also, selbst wenn, also, da sind die ganze Zeit Leute aufgestanden und rumgelaufen. aber, also, das war tatsächlich auf der One, auf der Opening Night, ich will ja mal One irgendwas sagen, so eine O-N-L Opening Night Live, wie auch immer. Das war sowieso so. Du hast immer gemerkt, wenn da ein Entwickler saßen oder irgendwelche Leute von dem Publisher, wenn, nach jedem Trailer stand so ein Grüppchen auf und es abgehauen. Also, wenn deren Trailer lief, dann sind sie wieder raus. Wo ich mir so denke, die gehen hin und gucken den einzigen Trailer, den sie schon kennen. Und, vielleicht war es auch eine Pflichtveranstaltung, man weiß ja, vielleicht müssen die auch hin und so. Aber das war dann halt schon ein bisschen witzig irgendwo. Und dann kam das Allerbeste, dann sind wir raus, wie gesagt, durch diese eigene Tür und standen draußen und wollten uns noch mit ein paar Leuten treffen und haben da gewartet und ich unterhalte mich mit Chris Play, also dem Opa von Russplatz, kennt ihr wahrscheinlich, mit dem ich da hauptsächlich unterwegs gewesen und da tickte mich so ein Riesentyp an. Excuse me, are you Eddie? Und ich gucke, kurz überlegt, Polen, mit ihm geschnackt. Das waren die Entwickler, mit denen ich Bowlen war in Polen, als ich auf dem Dying Light 2 Hands-On-Event war. Wo hat mich Techland ja nach Polen geflogen, dass man nochmal zocken kann und so. Und die haben dann, waren wir abends noch Bowlen und der hat sich an mich erinnert und wir stehen in Köln vor der Gamescom und es tickt mich jemand an, mit dem ich in Polen Bowlen war auf dem Event. Das ist schon halt finde ich immer so geil. Da merkst du dann, okay, die Welt ist vielleicht doch auch ein bisschen ein Dorf. Ah. Subt mal rein, Kollegen. Ja, ja. Gerne. Also, nicht, weil ich das sage, sondern weil der Chat das sagt. Natürlich, klar. Was soll ich mit Subs? Außer das Geld verruhen. Ja, das war, aber das muss ich jetzt auch sagen, ne? Also jetzt nach der Gamescom, jetzt ist doch erstmal Feierabend, Alter. Also ich hab jetzt die ganzen Festivals, die ganzen Events, das ganze Rumgereise und so und dann im Sommerloch. Ich, das war's, Alter. Ich muss jetzt erstmal wieder, jetzt noch erstmal wieder ein paar Monate reinkloppen. Ein Glück hab ich vorproduziert für die Woche auf YouTube. Ich hoffe, ihr habt's gesehen. Immerhin drei Videos, das ist mehr als es sonst gibt wahrscheinlich. Auf Kugelmagnet Eddy und dann fiel mir ein, auf Eddy Uncut hatte ich auch, ich glaub, zwei oder sogar drei vorbereitet und nur eins released, weil ich's dann nachher einfach vergessen hatte. Und dann hatten sie auf der Gamescom, das fällt mir noch ein. Ähm, warte mal, der ist jetzt nicht gleich. Ich muss erstmal einmal hier gucken, ob ihr noch irgendwas geschrieben habt. Äh, morgen geht's offiziell los, Leute, das ist ein Creator Network Game Changer kann vorstarten. Ja, EA hat mich mal wieder gefragt, ob ich das nicht machen möchte. Ich hab auch das Formular ausgefüllt, aber soweit ich das gesehen hab, hab ich noch keine Einladung bekommen. Von daher, aber was, also wenn jetzt nur die Leute aus dem Creator Network spielen können, mit wem spielen die dann? Also das ist ja, das muss ja dann auch nur so ein Stunden-Event sein oder so oder was. Ich kann ja mal gucken, ob ich irgendwie eine Mail bekommen hab. Ich glaub, meine Mails hab ich sowieso kaum gecheckt hier irgendwie. Äh, seh ich jetzt grad nicht. Also wahrscheinlich haben die das einfach wieder irgendwie verpennt, um das zu bearbeiten oder was weiß ich. Keine Ahnung. Muss ich nachher mal in Ruhe gucken. Ist ja jetzt auch egal. Also, es gab ja auch vorab Infos, die ich eigentlich hätte bekommen sollen auf so einem Online-Event, aber selbst die hab ich ja nicht. Also irgendwie, keine Ahnung, irgendwie vergessen die mich bei EA immer, wenn sie sowas anbieten von sich aus. Egal. Ich werd's überleben. Äh. GZ hat Ihnen sonntags sogar nach 1500 mehr Securities bereitgestellt. Das muss wohl von denen auch gewollt gewesen sein. Ja, mach ja sein. Aber, also dann sollen seid vernünftige Securities einstellen. Den Sekus sagen, Alter, geht langsam und vorsichtig dadurch. Verletzt keine Leute. Das sind Gäste. Er hat sein Mädel selbst umgerempelt. Das hab ich so nicht gehört. Und ich hab, also ich, paar Leute von uns standen wohl dabei. Also haben's mitgekriegt. Aber gut, whatever. Wer ist Monte? Ich kenn nur diesen Pudding mit dem Namen. Oh Gott. Also dann bist du aber im deutschen Online-Unterhaltungsbereich nicht so viel unterwegs gewesen wahrscheinlich. Also Monte, das kriegt man ja eigentlich mit, wer das ist. Selbst wenn man ihn vielleicht nicht guckt. Aber gehört hat man das auf jeden Fall schon mal irgendwo normalerweise. Wann kommt die Reaktion zu Wars and Battle Pass? Alter, ich weiß mal ne Woche weg, Junge. So, ich kann kurz hier nachholen hier. Also für Chat ist es gar nicht. Nice. Filmkenner. Ja, ja, absolut. Also das war auch geil bei diesem Killer Clowns from Outer Space. Hat er dann irgendwas erklärt, ne, dass du manchmal dann irgendwie so einen Clown hast und dann kann er mal ein zweiter Clown irgendwie so von hinten kommen so wie bei Jurassic Park und er sagte dann halt, also er hat nichts von Jurassic Park gesagt, aber er sagte halt nur clever Clown. Und weil ich ja den Film Jurassic Park auswendig auf Deutsch und Englisch kann, wusste ich, dass das eine Jurassic Park Referenz ist und ich sage, that's my favorite movie of all time und der steht gleich auf, high five, hat sich übrigens gefreut. Der Typ war so passioniert, Alter, das war einfach nur fein. Immer wieder geil so Leute zu sehen, die halt auch wirklich noch Bock haben, was zu machen. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, Killer Clowns wird cool. Also die haben auf jeden Fall Lust, ein gutes Spiel zu machen. Ob es dann gut wird, müssen wir mal sehen. Aber ich glaube, das könnte witzig werden, definitiv. Guten Abend, fremder Mann. Guten Abend, fremder Chat. Buchstabensalat. Sound im Internet war gut. Okay, dann ist ja alles easy. Aber das lag auch an der Soundanlage und an dem Typ, der die Soundanlage bedient hat. Also der hat es halt einfach viel zu laut eingestellt und da war also, die Höhen waren viel zu doll, der Bass war viel zu niedrig, da kriegst du natürlich nichts mit im Stream. Der Stream wird ja nicht, da wird ja nicht der Hallensound aufgenommen von den Gameplay-Trailern und so, sondern der eigentliche Sound genommen. Weil sonst wird es ja wie Kartoffel klingen. Ach so, sie hat einen Becher in den Kopf gekriegt und er hat sie dann versehentlich umgerempelt. Okay, okay. Ja, also die ganze Aktion ist halt absolut Banane. Also, ist halt wie auf dem Schulhof, ne? Wie so eine Pausenhof-Klopperei. Und, keine Ahnung. Ich, also ich persönlich denke mir, wenn Leute nicht miteinander klarkommen, dann einfach nicht miteinander abhängen und nicht kommunizieren. wenn das einen so wütend macht, dass man sich kloppen will. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die haben da Bock drauf. Mir ist am Ende auch tatsächlich Wurst. Aber, ja, es ist halt schon irgendwie ein bisschen Kindergarten alles. Ja, Links posten, nur nach Nachfrage bei Mods, bitte. Portal bekommt neue Sachen, das höre ich jedes Mal und am Ende ist irgendwie nix. Ich bin gespannt. Das wird bestimmt Konsequenzen haben. Ja, das glaube ich auch. Die Creator-Launch, ja, das war witzig. Also, ich war auch in der Creator-Launch, die war auch cool. Fand ich auch. Und, ähm, dann sitze ich da und beantworte YouTube-Kommentare halt mal kurz, trinke einen Red Bull und krieg so aus dem Augenwinke mit, dass sich jemand so, da waren immer so Couch-Ecken und ich sitze hier und ein Stück weiter setze ich so ein Grüppchen hin und ich gucke nur so hoch und sehe sofort, dass Stylers ist, Alter. Und ich dachte nur so, jo, alles klar, natürlich, Alter, wie witzig ist das denn? Weißt du, bei Twitter den übelsten Hate direkt auf geblockt? Ich meine, er blockt ja eh alles, was irgendwie ihn nicht bestätigt scheinbar, keine Ahnung, also so kommt es mir jedenfalls vor, dann sitzt er da halt direkt neben mir. Ich habe es halt nur kurz aus dem Augenblick so, ja moin, Alter, direkt erstmal bei der Kommentare beantwortet. Fand ich aber irgendwie witzig. Also das ist halt auch wieder so ein Ding, Alter, dann hast du da Leute, die dich im Internet blockieren und du sitzt halt einfach direkt neben denen, so, keine Ahnung, so ein bisschen so in mir drin, habe ich mir so ganz ein bisschen gewünscht, dass er es gesehen hat und sich einfach denkt, scheiße, den habe ich doch ignoriert, jetzt sitzt er hier. Aber ja, war auch ein bisschen funny irgendwie. Der Creator-Launch war cool, aber am Anfang war die immer leer, weil die keiner gefunden hat. Wir haben unsere Talentmanager gefragt, keine Ahnung. Wir haben in der App geguckt, stand nicht drin. Wir haben uns versucht durchzufragen bei irgendwelchen Creatern, keiner wusste, wo das ist. Alle, die nicht mit dem Auto gekommen sind, weil wenn du nicht mit dem Auto gekommen bist, dann bist du nämlich oben auf Parkdeck 4 durch eine Tür und da war geradeaus dann die Creator-Launch. Das sind wahrscheinlich die Einzigen, die das überhaupt wissen konnten. Und wir sind dann nachher, Chris und ich, sind dann von Infopoint zu Infopoint gelaufen und haben uns wie so mit warm, kalt, ganz kalt, jetzt wird's wärmer, halt so wirklich quer über die Konde halt hingearbeitet, weil wir einfach mal wissen wollten, was da los ist. Und das war auch gut so, weil also da konntest du halt wirklich mal einen Moment abhängen. Ich hab mich da noch nachher mit eine ganze Menge Leute getroffen, unter anderem auch endlich mal persönlich mit Fragnaht. Also, ich kenn den, weil er unter ein paar von meinen Videos kommentiert hat. Er hat auch ein paar Mal hier im Chat schon geschrieben damals, das ist schon ein bisschen her. Und dann haben wir, weil wir nie Games haben, die wir irgendwie zusammen daddeln können, weil er spielt ja gänzlich, er spielt ja hauptsächlich so Open-World-Singleplayer-Kram und so, haben wir dann off-stream, privat immer mal so ein bisschen Heroes of the Storm gezockt und einfach nur gelabert. Und ihn jetzt einfach auch mal persönlich kennenzulernen und dann haben wir beide auch nochmal ein Föderchen gemacht und so. Das war auch schon auf jeden Fall nice. Ich hab also so viele Leute kennengelernt. Casino-Typ? Keine Ahnung, wer der Casino-Typ ist. Och nee, ich hab's grad genossen, dass hier nicht über diesen Scheiß gelabert wird. Einfach nur normalen Gamescom-Stuff. Ja, entschuldige bitte, ich hab darüber weder bisher gesprochen, noch hatte ich vor, das Thema groß breit zu treten. Aber es nicht zu besprechen oder zumindest kurz darüber zu reden, find ich auch irgendwie unsinnig. keine Ahnung, das Genörgel versteh ich dann jetzt auch nicht so ganz. Ja, ja, also Klamen sind immer provoziert. Und ich muss, also eins muss man natürlich auch sagen, Alter, sich da hinzustellen und alleine zu sagen, kommt da her, ihr Wichser. Und dann auch noch relativ stabil in der Situation klarzukommen. Ähm, ja. Aber ich bin auch, also mir wär's halt echt egal. Also ich würd mich sicherlich nicht produzieren lassen, äh, provozieren lassen, mich auf der Gamescom zu kloppen. Also ich würd mich sowieso nicht provozieren lassen, mich zu kloppen, weil Worte sind für mich einfach nix als heiße Luft von anderen Leuten, wenn die meinen, sie müssen mich irgendwie versuchen zu triggern oder so. Ähm, ich find das meistens eher witzig. Und ich hab das auch lange bevor ich Content gemacht hab, schon ein paar Mal gehabt, dass Leute sich unbedingt mit mir kloppen wollten. aber sich einfach nicht getraut haben, wahrscheinlich anzufangen. Also haben sie die ganze Zeit nur gelabert. Und du denkst ja einfach nur so, Alter, entweder ist jetzt was oder nicht. Nicht, nicht sülzen, Alter, das bringt nichts. Das juckt mich nicht. Das prallt an mir ab. Das sind Wörter. Wörter können mich nicht verletzen. Ja, ja, also was mit Stylers ist, das sind so Leute, die bilden sich halt so eine astreine Bubble aus Ja-Sagern und Kopfnickern, die alles geil finden, was die machen und sind nicht kritikfähig. Ich hatte doch damals ein Video über diesen SBMM-Abuse gemacht, dass Leute sich reverse boosten und dann gegen Leute spielen, die halt entweder wirklich super schlecht sind, ganz, ganz neu sind oder teilweise halt auch einfach körperliche Behinderung haben. Das stimmt ja auch. Dafür sind ja auch diese Lobbys. Es gibt ja solche Leute, die dann mit speziellen Controllern oder so spielen. Es gibt auch Leute, die spielen, glaube ich, sogar mit so einem Pustapparat und so. Also, die sollen halt nicht in eine reguläre, normale Lobby. So, und wir reden da auch nicht von schlechten Spielern oder so, die lange spielen und einfach nicht so gut sind. Die können von mir aus alle in den großen Pool. Egal, das Video ist ja noch online, kann man sich angucken. Und damit waren eigentlich in erster Linie amerikanische YouTuber gemeint. Oder internationale YouTuber, weil da ging es halt im großen Stil. Geld abkassieren mit Fake-Content. Und da haben sich allerdings natürlich unsere tollen deutschen Creator leider fast alle angesprochen gefühlt. Natürlich, klar, weil sie es selber alle machen. Vermute ich jetzt mal. Und dann haben so ein paar kleinere, hier Phalaxi, ich weiß nicht, wahrscheinlich sind sie mittlerweile auch dann gewachsen oder was, aber ist auch egal. Und auch so ein paar andere sich A natürlich halt versucht, übelst über mich lustig zu machen, was super peinlich war, weil das bei deren Community dann teilweise auch nicht so gut ankam. Klar, manche haben es gefeiert, aber viele haben halt auch gesagt, so ein bisschen Kindergarten. Also, dass die eigenen Fans dann schon gesagt haben, so, was soll denn der Quatsch? Das stimmt doch gar nicht. Und haben dann halt darum gedröhnt, ich würde dann halt bestimmte Leute beleidigen, weil ich gesagt habe, das sind Abschaum-YouTuber. Also, damit waren halt wirklich diese Leute gemeint, die das im großen Stil um Knete abzukassieren gemacht haben. Ich wusste tatsächlich bis dahin nicht, wer Phylaxi ist, ich wusste auch nicht, wer Stylers ist. Die einzigen deutschen Cod-YouTuber, die ich, glaube ich, kannte, waren Haptic und Johnny Rage und das auch nur, weil ich das Gesicht wiedererkannt habe, weil wir mal irgendwann eine Crater-Launch gegen die gespielt haben, die nicht mal eine Revanche gespielt haben, sind einfach wieder abgehauen und waren übel salty, aber gut, anderes Thema. Aber Haptic war auch, stimmt, nee, Haptic nicht, aber Johnny Rage gehört auch zu dieser Gruppe, die sind halt in irgendeiner Johnny Rage markiert und der hat da, glaube ich, auch noch Stylers markiert oder so, wie das genau zusammengefasst ist, weiß ich nicht mehr und alle sind ausgerastet wegen diesem Video und haben gedacht, dass ich die halt jetzt beleidigt habe. So, ich meine, im Nachhinein, ganz ehrlich, sag ich euch, wie es ist, sind auch das für mich mittlerweile einfach, das ist eine Abschaum-Community, sorry, könnt ihr jetzt gerne wieder einen Hate-Trend machen, aber wer sich so verhält, Alter, sind dann einfach Penner, seid doch einfach ehrlich mit eurer Community, dröhnt da nicht groß rum und tut nicht so, als ob ihr was könnt, wenn ihr im Grunde cheatet, so, das ist, also, und sich dann quasi selber zu outen, obwohl sie gar nicht gemeint waren, fand ich halt ballerwitzig, naja, die haben sich halt übelst mit mir versucht anzulegen dann und irgendwie mich schlecht zu machen, aber es hat einfach nicht funktioniert, ähm, eigentlich ist mein Kanal daran eher gewachsen und die haben halt definitiv ein paar Leute verloren, die dann gesagt haben, was seid ihr denn für Idioten, wegen so einem Scheiß halt so durchzudrehen, also, es war halt einfach nur lächerlich, naja, dann sitzt halt ein Sitz weiter, fand ich schon ein bisschen amüsant, großes Asterglas, fälsch jeweils mit Wasser gefüllt, ja, das stimmt, aber das, ich nehm immer Großbierglas, auch für Wasser, also, sind halt Kiddies, ich versteh halt nicht, wie man sich alles rauscanceln kann, was irgendwie kritisch ist, oder auch, also wirklich nur, also im kleinsten bisschen, also der hat mich ja auch instant geblockt, ich hab sogar noch versucht, das zu klären oder zu erklären, dass die überhaupt nicht gemeint waren, aber das war halt so, ja, geh mal ein Battlefield spielen, so nach dem Motto und dann zack, bannen, also ist halt, die können halt wirklich mit Kritik gar nicht um und klar, fühlen sich natürlich angesprochen, weil sie es natürlich auch machen, also, sieht man doch auch, also man sieht doch, wenn man sich Call of Duty anguckt und sich ein bisschen auskennt, wer da in Kartoffellobbys spielt und wer normal spielt, also jeder, der ein bisschen besser ist in Shootern, der kriegt in Call of Duty absolute Schwitzlobbys, da spielt's keinen 40-1, zumindest nicht, wenn du Maus und Tastatur anschließt, weil dann kommst du eh nur in die Schwitzerlobbys rein und das sind ja alles Controllerspieler und haben doch die ganzen Ami-YouTuber, haben das doch alles gemacht, haben sich am PC mit Controller angemeldet, obwohl sie vorher nur Schwitzlobbys hatten, haben die absoluten Kindergartenlobbys bekommen, also Leute, die noch nie einen Controller in der Hand hatten, so ungefähr, konnten da normal spielen, so, also, ja, ist halt ein bisschen traurig, dass manche Leute so ticken, aber letzten Endes, also ich kann da drüber lachen, mir ist das eigentlich wurscht. Ich hatte, also die Woche genug Bier, Wasser ist absolut okay, aber ich trinke gleich trotzdem noch ein Bier mit euch, habe ich beschlossen. So, achso, genau, da waren nochmal hier Saperonis, danke für neun Monate No-Knock und Psycho-Dead macht erst mal zwei Jahre voll, Alter. Geil, vielen Dank. Ich freue mich auch echt wieder zu Hause zu sein, ich freue mich auch wieder Content zu machen, ich hatte erst überlegt, ob ich von der Gamescom mal stream, aber, ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob das mit Mobilfunk so ne geile Sache ist oder ob das nicht eher dann mehr ein Struggle ist als alles andere, wobei das natürlich auch viele gemacht haben und ich hab ja auch 5G und so, also müsste das ja eigentlich gehen, aber ja, man weiß es halt nicht, ne? Aber alles in allem, muss man sagen, einfach war echt ne stabile Woche, ich hab viel Spaß gehabt, ich hab tatsächlich sogar gecampt, also ich hab, äh, im Gamescom-Camp ganz normal gezeltet und, äh, das war sehr, sehr, sehr nice, hab da sehr viele, sehr lustige Leute kennengelernt, in der Truppe, in der ich gezeltet hab, kannte ich bis dahin nur einen, der kam aber auch erst irgendwie um 11 Uhr abends oder so, das heißt also, ich war dann schon um 15 Uhr oder so da und hab mich dann quasi mit Leuten getroffen, die ich eigentlich noch nicht mal kannte, die wussten aber auch alle nicht, dass ich YouTube mach und so, das hat sich dann nachher später irgendwann ergeben, aber das war halt richtig witzig, es war halt, also wie ein drittes, äh, Festival nochmal, richtig schön gechillt und dann Pavillon sitzen, ein paar Bier trinken, labern, dann nach vorne jeaten, den Tag auf der Messe verbringen und dann, keine Ahnung, auf Rolle feiern gehen, gucken. Waren auch echt ein paar gute Events dann, unterm Strich und gerade natürlich, klar, wenn du dann mit der Bubble irgendwie rumhängst, da hat immer jeder irgendwo einen Kontakt oder eine gute Idee. Das war schon sehr, sehr nice. Man kann bei John R. aber nichts sagen, er hat von Anfang an auf YouTube bezüglich Blutboosten mit offenem Karten gespielt und SBMM zu umgehen, fand ich jetzt nicht verweiflich. Dass es umgeht, wenn er damit ehrlich ist, da hab ich auch kein Problem damit. Das hab ich auch in dem damaligen Video schon gesagt und auch in weiteren Videos noch. Ähm, darum geht's nicht. Es geht aber darum, dass er genauso auf diesen Zug gegen mich aufgesprungen ist, um sich über mich lustig zu machen. Ich glaub tatsächlich sogar, dass es bei ihm am meisten Kommentare gab aus seiner Community, die das nicht so gefeiert haben, dass er da so drauf gegeiert hat. Weil ich mein, jeder, der das Video angeguckt hat, wusste, dass die nicht gemeint waren. Und, ähm, keine Ahnung. Also, ich finde Reverse Boosting, also ich mach's nicht. Aber ich bin auch kein Call of Duty YouTuber, der drauf angewiesen ist, super kranke Cod Gameplays zu machen. Aber es ging auch nicht ums Reverse Boosten an sich, es ging auch um dieses Extreme. Das komplett extreme Reverse Boosting so. Und wenn, also wenn, wenn Johnny sagt, er macht das Extreme, ist es schön, dass er mit offenen Karten spielt, aber dann ist es, finde ich, trotzdem einfach ein Armutszeugnis. Weil das sind Leute, die doch angeblich so gut sind, die müssten doch in der 0,8er KD Lobby auch klarkommen. Die müssen nicht in den 0,001er KD Lobby rein oder so. Also, nee. Das ist halt, ne, das ist halt dann die Frage. Aber, also ich finde es immer gut, wenn Leute das einfach wenigstens offen und ehrlich sagen. Aber so ein Stylers würde das nie zugeben, wenn er es macht. Was hast du noch so angezockt? Ich habe tatsächlich angezockt nicht ein einziges Game. Weil es überall schon zu voll war. Es gibt ja normalerweise immer so einen kompletten Fachpressetag, den gab es aber nicht. Und, selbst an dem ist ja schon immer ordentlich was los. Aber da ist es noch halbwegs menschlich. Es gab aber auch tatsächlich einfach kein einziges Spiel, was ich jetzt unbedingt hätte anzocken müssen. Das ist das, was ich am Anfang ja auch meinte. Ich habe keine, ich muss nicht über Skull & Bones berichten können auf meinem Kanal. Das klickt eh keiner an. Wahrscheinlich mache ich es, wahrscheinlich spiele ich es an, mache auch Meinung dazu. Aber die meisten Leute, zumindest bei YouTube, die sind an Shooter-Content interessiert. Das merke ich ja immer wieder. Und auch da nicht alles. Also das PUBG-Video, was die Woche kam, das hat ja gar nichts an Klicks. Das war ja nichts. Und Gameplays an sich gehen ja eigentlich aktuell ganz gut. Aber das war, ich gucke noch mal kurz. Das hat keine 2000 Views. Innerhalb von 1, 2, 3, 4, 5 Tagen. Das hat wirklich nichts. Das PUBG-Video davor hat immer noch 5500. Wobei da, das war auch das, wo der Cheater gebannt wird. Das hat wahrscheinlich doch ein paar mehr Leute interessiert, das mal anzuklicken. Aber gut, wenn ich mir angucke, teilweise sind ja auch die Battlefield-Momente, die kriegen aktuell so 7000. Andere Gameplays 5000. Aber das ist halt immer noch Sommerloch. Das ist halt leider tatsächlich normal. Deswegen muss ich immer so lachen, wenn irgendwelche Trottelmeister so, ah, deine Views brechen ein, weil du Battlefield zu sehr gehypt hast. Diese Trottel, die meinen Content nicht verstehen, wir kennen es. Die checken ja nicht, dass es einfach Sommerloch ist, dass es einfach allen so geht. Also prozentual gesehen. Natürlich hast du, wenn du sonst nur 10.000 auf dem Gameplay hast, hast du im Sommerloch, kannst dich über 5000 eigentlich noch freuen. Das ist halt normal. Und dann nach drei Jahren Lockdown, das natürlich alle erst mal losheaten, alle Veranstaltungen nachholen, überall draußen rumhängen, grillen, saufen und nicht am Rechner hängen und YouTube gucken. Das ist jedes Jahr so. Sommerloch kann dir jeder YouTuber und Streamer bestätigen. Aber ja, Skull & Bones hätte ich mir angeguckt, dafür hätte ich mich aber nicht angestellt. Lies of Pi, wie gesagt, fünf Stunden, nee, danke. Und gezockt haben wir tatsächlich ein einziges Mal nur, das war am Samsung Stand. Da sind wir einmal rein und da liefen halt ganz viele Rechner mit verschiedenen Games und um ein Haar hätte ich mich aus Versehen fast hingesetzt und hätte Fall Guys gespielt. Ihr wisst, ich bin Fall Guys Profi. Nicht. Und dann haben wir eine Runde Valorant gezockt. Zum Glück kenne ich meine Velo-Sense auswendig, auch wenn ich das Game gar nicht spiele eigentlich. Aber ich messe immer an der Velo-Sense halt die anderen, rechne ich mir aus über maussensitivity.com und deswegen ging das dann ganz gut. Haben wir die gleich mal abgezogen. PUBG-Video wurde mir trotz Glocke nicht gemeldet, die anderen schon. Ja, das kommt natürlich noch dazu. YouTube denkt sich natürlich auch wieder, nö, das ist nicht relevant. I don't know. Ich meine, vielleicht kann ich es auch. Manchmal hilft es, wenn man einfach mal ein bisschen umbenennt hier. Manchmal kommt es da nochmal ein bisschen aus dem Quark oder man macht es nochmal auf Unlisted und wieder auf Release. Also hin und wieder klappt es auch nicht wirklich mit dem Verteilen. Aber da war es jetzt tatsächlich so, dass ich auch halt, ich habe ja auf Gamescom die Videos einfach freigeschaltet, zwei, drei Kommentare beantwortet, damit YouTube glücklich ist und dann einfach weiter nicht auf ein Messer aufgehalten. Mein Handy hat auch ewig gehalten immer. Also ich bin teilweise abends dann einfach zurück und hatte noch 70% Akku. Also ich bin halt einfach ein schlechter Influencer offensichtlich. War doch gar nicht im Elfter, es war fünf. Ja, 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 ja. Nach welcher Uhr? Nach welcher, nach welcher, nach welcher Standard Time? Ne, Activision war nicht da. Aber der Blizzard Merch Shop war natürlich da. Da musste ich auch ein bisschen lachen. Also nichts von denen auf der Messe, aber Hauptsache du kannst noch Merch kaufen. Ich meine, klar, der Merch dann ist ein No-Brainer, ne? Ich meine, ich kann's aber bis zum gewissen Grad noch nachvollziehen. Also wenn große Publisher, die müssen halt immer da so einen riesen Aufriss machen, die brauchen ja größere Stände mit mehr Stationen und alles und niemand wusste, ob der Scheiß dann am Ende nicht vielleicht doch noch wieder abgesagt wird. Das kann ich schon verstehen. Das ist übrigens die Sache, genau, das wollte ich nämlich eigentlich vorhin schon sagen. Gut, dass du es ansprichst, das fällt mir nicht direkt dadurch wieder ein. Auf der einen Seite habe ich mir natürlich auch gedacht, so eine Kacke irgendwie so ohne die Großen. Gerade auch so die Games, die vielleicht für mich als Kanal beruflich interessant wären, nichts so zu finden. Aber das Gute daran war, dadurch haben halt ganz andere Games mal eine Bühne bekommen, die sonst vielleicht ein bisschen untergegangen wären und auch größere Stände dann dadurch natürlich gemacht. Und ich glaube, dass das Metal-Helzinger-Konzert vielleicht nicht stattgefunden hätte oder irgendwas so in der Art, wenn die großen Publisher auch alle da gewesen wären. Das ist halt dann die Frage. Also ich glaube schon, dass das auch positive Aspekte hatte. So hat man sich halt auch mal ein paar andere Games angeguckt, die vielleicht interessanter wären oder die sind einem dann mehr aufgefallen. Ja, ach, also ganz ehrlich, ich habe persönlich gar keinen Stress mit irgendwelchen Call-of-Duty-Youtubern. Ja, am Ende des Tages, wenn Leute das anklicken, dann verstehe ich auch, dass Leute Content machen. So, darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Ich habe persönlich überhaupt nichts gegen die. Aber das sind Leute, mit denen werde ich mich auch nie gut verstehen. Das ist einfach Mentalität, das ist eine komplett andere. Und bei mir ist halt so, ich mache meinen Content nicht danach, was das meiste Geld bringt. Ich mache meinen Content danach, worauf ich Bock habe. Ich mache nichts, worauf ich keinen Bock habe. Und wenn ich ein schlechtes Spiel habe, wo ich privat, dass ich privat nie spielen würde, dann mache ich das nur, wenn ich weiß, dass das trotzdem Spaß macht, sich für euch das anzugucken. Weil dann ist es auch okay, dass ich in Anführungszeichen kein gutes Game spiele. Wenn das zur Unterhaltung dient, dann ist es cool. Dann macht es mir auch Spaß, weil dann sehe ich die Reaktion im Chat. Alle haben was zu lachen, alle freuen sich. Hin und wieder kommt ein Trottel rein, der nicht versteht, was ein Stream ist und fragt, wieso zockst du es denn, wenn es so kacke ist? Guck dir doch fünf Minuten den Stream an, dann weißt du es vielleicht. Oder vielleicht hast du doch kein Humor. Also ist ja egal, ne? Aber bei mir ist wirklich nie so, dass ich sage, das bringt jetzt Geld, das muss ich jetzt machen. Weil da habe ich einfach keinen Bock drauf. Das Geld kommt schon, peu a peu, wenn man was Gutes macht. Das ist meine Philosophie bei Musik gewesen. Das ist meine Philosophie beim Stream und auch bei YouTube. Mach das, worauf du Bock hast, was dir Spaß macht und dann kommen auch Leute, die ähnlich ticken und die klicken das dann auch an. Und dann wächst man halt langsamer, aber ich sage es nochmal, ich bin saustolz, Hauptkanal, 40.000 Subs geknackt und jetzt sind wir auch wirklich deutlich drüber. Das war auch geil, Alter, den einen Tag gucke ich 40.000 und irgendwie 130 oder so Subs auf YouTube und dann einen Tag später waren es wieder 40.000 und irgendwie nur so 50. Da waren wieder ein paar inaktive Abos wahrscheinlich weg und ich denke so, fuck, jetzt bricht es wieder ein. Aber dadurch, dass das neue Battlefield-Video gut geklickt wurde, hat es sich dann auch gleich wieder normalisiert und dann gucken wir mal. Aber aktuell, irgendwas stimmt bei YouTube sowieso nicht, glaube ich. Also ich habe das Gefühl, dass bei den Videos aktuell hauptsächlich Subs reingucken, aber dass das nie so richtig aus der Sub-Bubble rauskommt. Das meiste. Das geht innerhalb von einem Tag auf 10k hoch teilweise und dann war es das. Als ob es so, hey, gutes Video, aber dann, wenn alle, die das vorgeschlagen bekommen haben von euch, das angeklickt haben, dann ist es vorbei. Als ob halt nur so ein bestimmter Pool bedient wird, der das sofort anklickt und auch liked und alles. Ganz, ganz weird. Aber ja, das ist auch strange, muss ich sagen, auch von einem Event aus das zu machen. Also klar, da war die Creator-Launch natürlich nice, da konnte man dann schön mal in Ruhe chillen und mal ein bisschen ein paar Kommentare beantworten. Ey, Nerdletic, Alter, ich habe keine Ahnung. Ich war jeden Tag da. Musst du mal besser organisieren, Alter. Musst du mal Prioritäten setzen. Was ist da los? Ich habe ein Bier weniger getrunken wegen dir. Das finde ich zu kotzen. Das gibt Straf-MW2. Ich dachte ernsthaft, dass die Wengard Spaß macht. Ja, ja. Klar. Klar, mir hat schon die Beta unheimlichen Spaß gemacht. Wenn ich jetzt irgendwelche Kommentare überlesen habe oder so, schreib es bitte nochmal gerne mit Ed Kugelmagnet, damit ich dann auch Bescheid weiß. Metal-Heltsinger-Konzert. Ja, hast du nicht mitgekriegt? Gibt doch ein Spiel Metal-Heltsinger kommt raus. Da ballerst du, so Doom-mäßig, aber auf die Mucke. Du musst halt töten, quasi passend zur Musik. Auf den Takt und auf die Riffs und so. Und je besser du das hinkriegst, desto mehr geht der Sound ab und dann kommt nachher noch der Gesang rein und wenn du verkackst, wird der Gesang wieder weniger und so. Ich habe es selbst auch noch nicht gespielt, aber die Demo spiele ich auf jeden Fall. Ich denke, das werde ich auf Eddie Uncut mal machen. Und das ist so eine geile Idee. Metal-Heltsinger ist so eine geile Idee für ein Spiel. Weil, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben früher Unreal Tournament, Quake, Doom einfach geballert und dabei einfach fett Mucke gehört. Einfach fett Metal rein, und dann einfach Doom und alles durchgeballert. Und das ist quasi ein Spiel, was genau das macht, nur dass der Sound noch Teil des Spiels ist. Besser geht's nicht. Also gerade als Metal-Fan und Baller-Fan einfach ein mega geiles Konzept. Nach Wutbonge waren es genau 40.000. Das kannst du gar nicht sehen, weil der das abrundet oder aufrundet tatsächlich. Also der zeigt nicht jeden, der zeigt nicht alle an. Ich denke, das nächste Mal wird das erst anzeigen, wenn das irgendwie 4.000 oder 41.000 sind oder so. Oder 40.500 oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Bist du hyped auf MW2? Nö. Ich bin nie gehypt auf dem COD, aber ich hoffe, es wird gut. Ich freue mich drauf. Aber Hype? Also keine Ahnung. Ich kann nicht verstehen, wie man noch Hype auf Call of Duty haben kann. Das ist immer so. Kann ganz gut sein. Kann absoluter Müll sein. Da bin ich echt vorsichtig geworden. Übrigens Rick, nee, nee. Er meint tatsächlich so ein Kronos-Ding. Das ist schon Cheaten. Gibt es wirklich. Er meint nicht den normalen Aimstick vom Gamepad. Langfristig auch sinnvoll, aber gesundes Wachstum. Wir merken halt einfach auch, dass man keinen Bock hat auf das, was man macht. Ich glaube auch. Und selbst wenn nicht. Also, sorry, muss ich aber ganz ehrlich sagen, für mich ist unterm Strich einfach erstmal am wichtigsten, dass ich zufrieden bin mit dem, was ich mache. Weil wenn ich nur einen Job haben wollen würde, dann hätte ich keinen YouTube-Kanal gebraucht. Das war schon alles okay. Und vor allen Dingen ein Job, dann wird es ein Job werden, den man eigentlich nicht wirklich gerne macht. Das ist ja der, deswegen habe ich mich selbstständig gemacht, um machen zu können, was auch immer ich möchte, was mir gefällt. Und nicht, was irgendein Chef oder eine Firma oder sonst was von mir will. Und ja, also ich finde es wirklich immer äußerst witzig, wenn einem Leute, nur weil du YouTube machst, generell schon mal automatisch vorwerfen, dass man eh alles nur für Klicks macht und sich sowieso nur verkauft und so. Aber solange ich halt am Hebel sitze und selbst entscheiden kann, bin ich auch glücklich. Und das war jetzt so, so viele Games haben angefragt, ob ich die mal auf den Kanal bringen kann oder so auch für Bezahlung. Und wenn ich da keinen Bock auf das Game habe oder mir denke, das taugt eh nichts, dann gibt es dafür auch keine Werbung und Games, die ich selber spiele. Auch wenn es Leute gibt, die die vielleicht dann Kacke finden, dann nehme ich auch ein Placement an. Das war bei Outriders so. Ich spiele Outriders. Ich habe mir auch das Add-on wollte ich mir sowieso angucken. Ich war bei denen, habe das schon vor ein Jahr, bevor das rauskam, ja angezockt. Und ich finde, es ist ein gutes Spiel. Ist es perfekt? Nein, aber es ist ein gutes Spiel. Also habe ich die Werbung gemacht. Hans Showdown haben wir sowieso gespielt die ganze Zeit jetzt, die letzten Monate. Da kannst du auch dann ein Werbevideo für machen, finde ich. Und wer ein Werbevideo nicht von einem Review unterscheiden kann. Ja, sorry, aber willkommen im Internet. Also, es wird immer extra gesagt, es steht immer im ganzen Video oben rechts auch noch extra Werbung, dass ich da natürlich kein Review draus mache. Ist doch klar. Weil in dem Moment, wo ich anfange, über Pro und Contra zu reden, wäre es eine Bewertung vom Spiel. Ansonsten ist es einfach ein Video in diesem Spiel mit mir, was eine Werbung ist. Also, keine Ahnung. Also sind jetzt hier Leute bei, die das jetzt überraschen? Dann gerne mal ein Plus im Chat, aber also, eigentlich finde ich, ist das Common Sense. Und da gibt es viel, viel, viel Schlimmere, die jeden Scheiß bewerben. Ich mache wirklich immer Sachen, wo ich weiß, das ist etwas, was mir auch gefällt. Und ja, auch da gab es Ausnahmen vorher. Ich bin auch nicht perfekt auf die Welt gekommen als Creator. Und manche Sachen, denkst du dir dann im Nachhinein so, okay, das habe ich jetzt einmal gemacht, habe das Feedback aus der Community bekommen, mache ich nicht nochmal. Dann gebe ich das auch so an meinen Partnermanager weiter und sage, die brauchen nicht mehr Fragen, das war jetzt einmal und gut ist. Aber im Großen und Ganzen achte ich sehr drauf, dass ich halt keinen, oder ich versuche halt echt einfach keinen Schund euch zu bringen. Genau wie mit diesem VR-Video. Ich hätte Geld dafür bekommen, wenn ich das Produkt noch zusätzlich dafür benutzt hätte, musste das Video dreimal umschneiden, nur um es am Ende dann ein viertes Mal umzuschneiden, weil ich dann festgestellt habe, ich bewerbe das Produkt nicht. Es hat nicht richtig funktioniert, der Kontakt von denen war ganz komisch, dann wollten die, dass ich Sachen rausschneide, die ich gesagt habe und da habe ich gesagt, nee, ich lasse meinen Content von euch nicht zensieren für Geld. Da habe ich gesagt, dann nehmt ihr das Ding wieder zurück und ich mache einfach ein normales Gameplay-Video draus und habe dann halt nur die Parts genommen, wo das nicht drin vorkommt, dass ich über das Produkt rede und gut ist. Ganz ehrlich, verzichte ich halt einfach lieber auf das Geld. Ich habe auf so einen Scheiß keinen Bock. Da gibt es schon genug. Ich habe zehn Bier weniger getrunken, das ist wohl auch richtig, ja. Moody's B-Day, ja, ja, klar. Alles Gute, ja, passiert. Von ein paar Leuten kann ich mich aber nicht verabschieden, ein paar Leute habe ich auch generell nicht geschafft zu treffen. Habe auch jetzt gestern nochmal kurz mit Lara geschrieben, als ich gesehen habe, ein Foto, dass sie auch da war. Gar keine Ahnung gehabt, dass sie da ist. Sie wusste nicht, dass ich da bin, haben wir uns auch nicht getroffen. Passiert. Aber das Gnu habe ich immerhin getroffen, das ist auch wieder geil. Über den ersten Tag Richtung Fachpresse, ich hatte ihr vorhin noch geschrieben, ich sagte, na, wie sieht es aus, Gamescom. Sie sagt, ja, ja, lass mal irgendwann treffen. Ja, und weiß gar nicht, halbe Stunde später oder so, lief es sie mir schon entgegen, aus dem Pressebereich konnte man direkt erst mal schnacken. Auch nice. Hannoff Blatt hat es angespielt, Hellsinger ist echt cool. Ja, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, Hanno war ja auch auf dem Konzert, also der ist ja auch ein Metal-Fan. Richtig nice. Da habe ich auch Bock drauf, also ein Metal-Health-Singer, das taugt, glaube ich. Jetzt muss ich aber richtig lange scrollen, oder? Ah, ihr habt es schon geklärt. Ja, ja, klar, 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 cool, 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 cool. Hauptsache, ihr preordert nicht. Also, ich sage es auch, wenn man sowieso immer ein Spiel kauft von denen und die bisher immer gut waren, dann kannst du auch preordern. Also, zum Beispiel, wenn FromSoft nochmal wieder ein Spiel rausbringt, würde ich es vielleicht auch preordern. Aber Battlefield? Nee. Call of Duty? Nee. Also, als normaler Kunde. Als Content-Creator ist es was anderes. Wenn du Videos dazu machst, Meinungen oder Reviews oder so, dann willst du natürlich den Vorabzugang haben, damit du zum Release schon eine Meinung hochladen kannst und nicht erst drei Tage später. und ich gehöre nicht zu diesen Leuten, die sich für Gaming-Journalisten halten oder wahrscheinlich, das sind ja sogar die meisten Gaming-Journalisten, die spielen so ein Spiel eine Stunde und dann schreiben die ein Review, weil sie es sonst gar nicht schaffen. Aber ich bewerte nicht ein Spiel nach einer Stunde. Das reicht nicht. Wie oft hat man Games gehabt, wo man am Anfang dachte, das ist Schmutz und je länger man es gespielt hat, hat man nachher immer festgestellt, ah, okay, manche Sachen nicht begriffen, Mechanik nicht begriffen oder einfach das Spielkonzept falsch eingeschätzt und vielleicht mit einer ganz anderen Erwartungshaltung ran, dann aber doch nochmal einen Schritt zurück, Abstand gehalten und dann festgestellt, ist gut. Also, ich finde, man sollte das nicht alles zu schnell und zu larifari bewerten. Und deswegen mache ich zum Beispiel auch nicht oder wenig Reviews, weil das einfach mir jetzt viel zu stressig wäre, immer pünktlich so ausgearbeitete Meinungen irgendwie rauszuhauen. Dann kommt noch dazu, Cutter kann ich mir nicht leisten aktuell, dafür ist der Kanal noch zu klein. Da musst du den ganzen Scheiß auch noch selber schneiden. An so einem Review sitzt du locker mal zwölf bis 24 Stunden nur am Schnitt. Also inklusive Sortieren und allem Scheiß und dann baust du noch Assets ein und Schrift und den ganzen Müll. Ich bin froh, dass das Avengers Review immer noch Klicks bekommt. Am Anfang, als ich es hochgeladen habe, da ist es auch genauso gestorben wie viele Videos, die ich gemacht habe, die dann einen Tag zu spät kamen oder so. Aber mittlerweile hat es einfach irgendwie so einen Kultstatus erreicht und es gehen immer wieder Kommentare drunter, immer wieder irgendwie mal Leute, die es doch noch mal wieder anklicken und witzig finden. Und dann hat sich der Aufwand jetzt halt ein paar Jahre später halt dann gelohnt, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich es gemacht habe, nicht. Und das kannst du halt auch nicht immer von ausgehen. Deswegen mache ich halt wenig Reviews. Äh, Rick übrigens, danke für die Vergiftung. Erstmal eine Doppelbomb rausgehauen. Alter, wann Bier? Ja, gleich, wenn ich mich ausgesammelt habe. Übertriebenes SPML mit schlechtes Server. Ja, ja, die wird es vergeben. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht, ob es da noch groß was jetzt zu berichten gibt. Aber das ist so mein persönlicher kleiner Recap von der Gamescom. War auf jeden Fall cool. Also wie gesagt, am besten natürlich klar, die ganzen Leute mal kennenzulernen. Gerade vom Rustplatz waren es viele. Ähm, Leute, mit denen man noch nie vorher wirklich gesprochen hat, wo man nur den Namen vielleicht kennt von den, von den, äh, Spielern vom Rustplatz. Und das ist schon, schon nice. Also, und vor allen Dingen, also, was ich festgestellt habe, ist, dass du es teilweise wirklich, also, es ist nicht so, dass man sagen kann, dass jemand nur, weil er groß ist, pauschal auch abhebt. Es gibt Leute, die heben ab, lange bevor sie, lange bevor es eigentlich überhaupt eine Berechtigung schon gibt abzuheben. Und andere, wo du denkst, wow, Alter, das ist schon ein bisschen eher eine Legende hier, die einfach absolut tiefenentspannt gechillt sind und ganz normal mit dem Fußvolk auf dem Asphalt hinter Halle 8 hocken und da pimmeln. Und das finde ich halt geil. Also, von einigen Leuten sehr überrascht gewesen, was für entspannte Leute das einfach sind und wie locker und cool man mit denen reden kann. Und, ähm, ja, also, tatsächlich echt wirklich richtig, richtig nice. Wie so ein Klassentreffen mit Leuten, die man noch gar nicht richtig kannte. Und innerhalb von einem Tag, warst du mit denen, also mit allen irgendwie so gut wie grünen, äh, mit denen man geredet hat und hat sich dann halt wieder getroffen. Also, das ist ja wirklich, wirklich cool. Aber so als Game, Baller-Kanal, also vielleicht, also, ihr könnt ja gerne mal sagen, wenn ihr meint, ich übersehe da was, aber für mich ist es halt tatsächlich, Gamescom ist nicht so interessant wegen der Games an sich. Also, für den Kanal, das mache ich als Gamer, wenn ich die Gelegenheit habe, da was zu spielen. und hin und wieder gibt es natürlich auch mal Spiele, die für mich interessant sind, die davor abgezeigt werden. Ähm, das ist dann cool, aber das war halt dies Jahr nicht der Fall. Und ich glaube, Killer-Clowns zum Beispiel, das ist dann was, das wird hier bei Twitch auf jeden Fall laufen. Aber ich glaube nicht, dass das so ein Video machen muss. Aber mal sehen, das ist ja noch ein bisschen hin. Vielleicht kriegen wir es hin, dass wir den YouTube-Kanal bis da ein bisschen mehr Richtung Abwechslung kriegen. Das ist aber ein sehr, sehr schwerer Prozess, stelle ich immer wieder fest. Aber ich will auf jeden Fall mehr Gameplays machen als Meinung. Also Meinung finde ich immer wichtig, wird auch immer bleiben. Aber also meine Traumvorstellung vom Kanal sieht so aus, dass wir es irgendwie innerhalb von einem halben Jahr oder sagen wir mal sicher Zeit bei innerhalb von zwölf Monaten hinkriegen, dass ich meine Meinungsvideos mache und selber schneide. Weil das werde ich immer selber machen. Das ist Quatsch, das einen anderen machen zu lassen. Dann aber die ganzen Clips und Highlights, die ich immer nur speichere und nie dazu komme, daraus Videos zu machen, an Cutter gebe und dann kommt halt den Rest der Woche jeden Tag irgendwie ein Gameplay-Video oder alle zwei Tage, sodass auch wirklich immer ordentlich Content kommt. Dass die Leute nicht zwei Wochen warten und dann aber die Benachrichtigung nicht mitkriegen, weil es schon wieder eigentlich irrelevant geworden ist für YouTube, meine Videos zu promoten und so. Aber schauen wir mal. Montana Black getroffen? Nee, nur sein Security hat mich kurz getroffen. Aber ich glaube, der Security hat sich nicht verletzt, als er mich weggeschubst hat. Und sich endlich mal wiederzusehen. Ja, du Flachpfeife, bist dann eben zum Schüßsagen gekommen, Alter. Lötz. Anthem Review war auch gut. Ja, das stimmt. Also ich habe auch Spaß dran. Also ich habe wirklich Spaß dran, Reviews zu machen. Aber es ist Quatsch für mich das zu machen. Und damit meine ich nicht geldtechnisch. Also wenn ich mich darauf spezialisieren würde, dann schneller auch das zu machen und mich darauf wirklich zu fokussieren, also auf Reviews als solche generell schon, dann glaube ich schon, dass es wahrscheinlich sogar mehr Geld bringen würde, weil ich glaube, die sind relativ gut. Und viele geben ja auch was auf meine Meinung. Aber da mache ich dann lieber halt einfach so ein Meinungsvideo zu einem Game. So, weil ich finde, wenn du Review sagst, dann musst du auch wirklich ein richtiges Review machen. So, wenn du ein Meinungsvideo machst, kannst du sagen, Leute, ich sage es ganz ehrlich, ich habe es nur eine Stunde gespielt, aber mein erster Eindruck ist folgender. Und dann redet man einfach über so ein paar Sachen, die einem auffallen. Das ist dann auch selbst für Leute interessant, die schon vielleicht ein Review geguckt haben, vielleicht, die dann nochmal eine andere Meinung sich einholen oder so. Ne, hatte ich noch nicht gesehen. Ja, mal gucken, vielleicht spiele ich gleich auch noch eine Runde mit, wenn da noch Platz ist. Du warst ja immer auf der anderen Seite, bin extra zu acht und dann warst du bei zehn. Also, wir hatten vorher nicht gesprochen. Und normalerweise stimmt das ja, normalerweise waren wir immer bei acht, aber dann waren wir leider mal in der Creator-Launch ausnahmsweise. Die sind halt alle nicht dahin, weil die auch nicht wussten, wo das ist. Am letzten Tag haben wir die dann, also haben sie mich dann gefragt, wo das ist, dann sind wir da hingegangen. Aber erzähl mal nix, mein Freund. Du hast so viel Zeit gehabt, vorbeizukommen. Ernsthaft jetzt, du hast mehr als genug Zeit gehabt und mehr als zwei, drei Gelegenheiten gehabt, dass wir uns noch hätten sehen können. Machbar wär's gewesen. Auch auf der Messe noch. Aber ist ja auch egal. Dann verabschieden wir uns halt nächstes Mal und sagen uns direkt wieder Hallo oder so. Die Kürte trinkt, der traut sich eh nicht einen Fight zu machen, der mächtige Bart zwingt einen Respekt zu haben. Na, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich habe tatsächlich noch nie Probleme mit Sekus gehabt, aber ob das so läuft, weiß ich jetzt auch nicht. Fischi macht seit acht Stunden und ist bestimmt gleich Platz. Das glaube ich auch. Also abschließend zum Thema Gamescom gerade nochmal. Ich hatte erwartet, dass es deutlich schlechter wird. Es ist besser, es ist besser, viel besser gewesen als gedacht und ja, dazu halt das, womit man eh rechnet, der Grund, warum ich hingefahren bin, Leute kennenlernen und so weiter. Und was sehr, sehr, sehr spannend ist, 2019 war ich ja das erste Mal da und dann auch ja schon mit YouTube und so und hatte ja dann auch ein paar Mal dann bei Instagram geschrieben, so, hey Leute, wenn ihr irgendwie Bock habt, ich sitze hier in der Halle 8, Red Bull, Stand, Zelt, was auch immer oder bei Jan Hegenberg, was er da gespielt hat, kommt vorbei, wenn ihr kurz mal ein bisschen quatschen oder ein Foto wollt und da kamen halt ein, zwei Leute, das war's und dieses Jahr war es so, dass tatsächlich einen doch deutlich mehr Leute erkannt und angesprochen haben, als man denkt. Also nicht Creator, sondern halt einfach Leute, die auf der Gamescom rumgelaufen sind. Das ist mir ein paar Mal passiert, dass Leute mich angesprochen haben, auch Fotos gemacht haben und so, mal kurz erzählt. Interessant mal, so Feedback zu seinem Content und auch so face-to-face zu kriegen, einfach normal zu quatschen, fand ich sehr, sehr nice. Und teilweise dann aber auch echt Leute, von denen du es vielleicht gar nicht unbedingt denkst. Also wir waren da auch auf so einer internen Hausparty eingeladen, alles irgendwie Creator und haben dann vorher da auch noch ein bisschen Bier geholt und kamen dann mit dem Bier da an und haben das dann hochgetragen und ich weiß leider nicht, wer es war. Aber der sagt auch so, ey, ich glaube, ich kenne dich. Ich so, keine Ahnung. Er sagt, warte, sag nix, sag nix. Ey, du bist Eddie. Ich so, der kennt mich wirklich, Alter, scheiße. Ja, ich wollte mir Battlefield 2041 kaufen, sagt er, aber ich wusste nicht, ob ich es mir kaufen soll. Und dann habe ich deine Videos geguckt und ich sag, und dann hast du es nicht gekauft, ne? Und er so, genau. Ich sag, dann funktionieren die Videos. Das ist halt gut. Aber das ist tatsächlich auch so. Also alle, mit denen ich irgendwie so gesprochen habe, verstehen den Content auch so, wie er gemeint ist. Das ist ja auch klar. 99,9 Prozent der Leute lassen zumindest ein Like und kein Dislike da. Aber es ist trotzdem immer schön, halt das Feedback auch mal so direkt noch zu kriegen. Also und auch das ist ja so eine Sache irgendwie so, ne? Der ein oder andere denkt vielleicht so, das ist halt sehr, sehr übertrieben, viele Hater und Trolle bei mir gibt und so. Gibt es nicht. Gibt es wirklich nicht. Das ist wirklich ganz, ganz wenig. Und ich suche mir die mit der Pinzette wirklich raus, die, die ich anpinne und auch die, wo ich twitter. Also es ist wirklich für mich persönlich nur einfach so ein, ich finde es witzig, mir das anzugucken und zu lesen und promote selber meine eigenen Hater und Trolle, damit andere auch drüber lachen können. Wer da nicht drüber lachen kann, okay, verstehe ich, anderer Humor. Aber das ist der Grund, warum ich die immer poste. Also es ist wirklich eine super positive Community hier und da kann man wirklich nicht meckern. Also ihr seid einfach ein super geiler Haufen. Und gerade so die Stamm-Community, das ist so ein treuer und kluger Verein, der wirklich eigentlich bei fast allen Sachen immer offen ist, immer versucht, tolerant zu sein und auch ein bisschen offen für andere Meinungen und mit Pro und Contra und das Positive und das Negative ansprechen können und so differenzieren. Und da bin ich wirklich sausaustolz drauf. Das muss ich wirklich sagen, weil klar, der ein oder andere, der das vielleicht nicht weiß oder nicht so viel mit mir zu tun hat, der denkt vielleicht so ein Hater-Content so oder dass ich auch auf die Hater-Geier oder den, dass mich das zu sehr beschäftigt. Viele sagen, lass dich doch auch nicht runterziehen und so. Tut's nicht, keine Sorge. Für mich ist das Unterhaltung und solange ich noch genug Leute finde, die das auch so sehen, wird's auch weiterhin solche Tweets geben. Geh ich jedenfalls mal von aus. Oder ich verliere irgendwann die Lust dran, kann ja auch sein, aber aktuell find ich's halt noch zum Lachen, weil's halt auch einfach so wenig sind. Und ich denke, hin und wieder muss man auch mal ein bisschen lachen können. Moin, was hast du bei der Gamescom kostenlos bekommen? Vom Schlüsselbänder und so. Äh, ich hab tatsächlich gar nicht so viel Krempel mitgenommen. Ähm, obwohl ich diesmal mit dem Auto gefahren bin extra, damit ich, falls ich was hab, irgendwie, ähm, das mit zurücknehmen kann. Was ich hab, ist das hier. Schöne Skyrim-Displayed. Die haben sie den einen Abend, haben sie alle möglichen verteilt. Jetzt wird der Rayflip gleich meckern, weil er das Ding eigentlich haben wollte, aber der hatte ja schon vier in der Hand. Und wir wollen ja nicht gierig sein. Aber die ist richtig geil, find ich. Einfach nur der Skyrim-Viking drauf. Das borgt. Ja, und, äh, er wollte mir erst Assassin's Creed geben. Ich sag so, und dann kam einer, der hatte die, und der wollte lieber Assassin's Creed. Und dann haben wir dann getauscht. Aber ansonsten, nö, ja klar, du kriegst immer Schlüsselbänder und so. Wir haben eine Maus gekriegt. Ich weiß gar nicht, von HyperX, glaub ich. Wir haben da so Tonbeutel verteilt, aber das war auch im Business-Bereich. Hast vergessen zu sagen, dass wir alle arbeitslos sind. Das war auch geil. Was guckt ihr alle morgens im Stream? Seid ihr alle arbeitslos? Ich hoffe, der Seko-Typ dachte nicht, dass du so ein Monte-Fanboy bist. Ne, die Fanboys standen hinten und haben die ganze Zeit geschrien, wie geil sie Monte finden. Als ob er das da drin hört. Also, weißt du, der hat da gar nichts gehört, Alter. Aber ich hab, ich hab diesen anderen Clip gesehen, wo Monte rennt die Treppe hoch und einer schreit, ey Monte, ich blase die ein. Und Monte ist mitten im Gespräch, bla 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 bla, no homo, Alter. und geht einfach weiter und dann siehst du danach noch irgendwie ein Clip von ihm, wo er dann im Interview direkt danach erzählt so weiter und dann so, ey, Moment mal, Alter, ich komm da grad nicht drauf klar, dass der eine gerade gesagt hat, ich blase hier ein. Aber der stand halt auch direkt neben ihm, ne? Also, aber die anderen, die Kids, die liefen dem ja hinterher in so einem Pulk, Alter. Wo du dir dann echt so denkst, Alter, da sind ja noch so Leute, Alter, wo die Akne noch nicht mal begonnen hat und dann so richtige Fanboys. Ich mein, ey, ohne Scheiß, ich gönn's jedem, dass er Erfolg hat und alles. Und ich persönlich finde Monte auch cool. Also, keine Ahnung, viele mögen ihn vielleicht auch nicht, aber ich finde, er ist ein cooler Typ. Und ja, er macht nicht alles immer richtig und er ist vielleicht auch nicht das beste Vorbild der Welt. Aber er ist jemand, der zumindest versucht, seine Meinung vernünftig zu erklären, sodass man nachvollziehen kann, warum er so denkt, wie er denkt über Themen. Ich finde, er sagt oft auch Sachen, die okay und in Ordnung sind und gut sind. Und da, wo man vielleicht sich drüber streiten kann, kann man zumindest dann verstehen, wie er zu seiner Meinung kommt. Und das machen ja schon viele nicht. Viele sagen, das ist so. Finde ich. Und so ist er halt nicht. Und da ist er schon mal ein besseres Vorbild für Diskussionskultur als die meisten anderen wahrscheinlich, vermute ich mal. Und von daher soweit cool. Aber diese, ja, also so ein Security und dann durch die Messe laufen, das muss man besser organisieren. Wer auch immer das verzapft hat. Daniel, Alter, danke für 30 Monate. Joker, danke für 2 Monate. Und Moxie, danke für 17 Monate. Alter Schwede, sind die Subs eingebrochen. Das sehe ich ja jetzt erst. Oh no. Und das doch wohl jetzt schon heute so viele reingesubt haben. Alter, wo haben wir denn angefangen? Habe ich vorhin gar nicht geguckt. Shit. Das ist ja krass. So ist die Kamera verschwommen? Ja, ne? Das Ding ist, ich mache immer keinen Autofokus rein, weil Autofokus immer so wobbelig aussieht und eigentlich reicht es ja, wenn man sie einmal richtig aufs Gesicht einstellt. Ich sitze ja immer gleich. Aber wahrscheinlich komme ich immer ein bisschen gegen, wenn ich sie anmache oder so. Ärgerlich. Ich will einen Bruder von dir. Neuer Stuhl wäre geil. Was soll ich mit einem neuen Stuhl? Ich werde wahrscheinlich nie wieder einen neuen Stuhl brauchen. Vor allen Dingen, der rennt es ja mit dem Stuhl über die Messe oder was. Ja, Autofokus ist Schmutz. Was ist das Subgoal für deine monatlichen Fixkosten? Ich habe keinen Subgoal für monatliche Fixkosten. Wenn es danach ging, also für die reihen Kosten, Miete, Energie, Essen, also wenn ich alles mit einrechne, was man so zum Leben braucht, da reichen 240 Subs auf jeden Fall nicht. Alter, du musst dir überlegen, du kriegst ja gerade mal 50% davon, von jedem Sub. Und das musst du dann auch noch versteuern. Also ich hatte im letzten Jahr, im Juni, ja angefangen, das komplett selbstständig zu machen. Also selbstständig ja vorher auch schon, aber halt nur noch das, in Vollzeit, YouTube und Twitch. Und da hatten wir gesagt, wir arbeiten uns an 600 Subs ran. Also ich würde sagen, so 600, das wäre, ab dann kann man sagen, reicht's wahrscheinlich immer, so dass man weiß, okay, ich muss mir jetzt keinen Kopf machen. Aber deswegen mach ich halt oder versuch halt, wieder mehr YouTube Videos zu machen, weil da kommt dann halt die andere Hälfte her. Also 130 ist dann jetzt auch schon wirklich sehr niedrig, aber wie gesagt, wenn man eine Woche weg ist, dann ist das normal. Man hätte vielleicht einen Stream von der Gamescom machen sollen, dann wäre es anders gewesen. Und leider haben wir ja die Creator Launch am Anfang nicht gefunden, denn wir hätten da streamen können. Ich wollte eigentlich mit Chris dann einen Stream machen, aber die Streamplätze waren leider alle dann schon belegt. Sonst hätten dann Opa und ich dann halt einfach mal ein bisschen von der Gamescom gestreamt. Wäre auch geil gewesen. Aber wie gesagt, vom Handy aus, ich habe keinen Gyroarm und nix, ich habe keinen Stativ mitgehabt. Da hängst du dann mit dem wackeligen Kack-Handy und streamst. Weiß ich nicht, ist auch nicht so geil mit der Face, mit der Frontcam dann. I don't know. Hast du noch ein paar Creator getroffen, die du vorhin nicht auf dem Schirm hattest? Einige. Einige, die ich entweder nicht kannte oder nie, also nur vom Namen. Viele interessante Leute kennengelernt. Dann wird mal wieder BF gezockt. Na, ich denke mal morgen, ne, wenn das Update kommt. Bisschen Bier heiser. Nö, es liegt nicht am Bier, sondern wahrscheinlich eher daran, dass man immer so viel rumschreien muss. Ist echt schlimmer als in Wacken, finde ich. Wenn man von der Gamescom zurückkommt. Und ich finde auch, es schlimmer ist, von der Gamescom zurückzukommen und wieder ins normale Leben zu finden, als wenn man von einem Metal-Festival kommt. Und das ist schon strange manchmal. Aber meistens ist so, am nächsten Tag ist alles wieder gut. Aber heute war auch noch so surreal. Yeah, yeah. Aber also für mich war Gamescom voller Erfolg. Auch wenn es immer teuer ist, hinzufahren. Also selbst nur Camping. Weil Verpflegung, dann kommst du rum, dann willst du mit den Leuten irgendwo, ne, auch hin und wieder vielleicht nochmal hier und da mal was essen gehen mit der Truppe. Die ganzen, das ganze hin und her, Gegurke und so. Ich weiß nicht genau, weil so lange mach ich es halt selber noch nicht, was davon nachher alles auch als Geschäftsreise gilt, weil es ist natürlich eine, aber keine Ahnung. Das muss ich dann bei der Steuererklärung mal abkaspern. Das kann ich nicht entscheiden. Spuck. Und, ähm, yeah, aber also für mich war es ein voller Erfolg. Also hab es absolut nicht bereut, da hinzufahren. Und, äh, auf lange Sicht gesehen ist es für euch und für mich cool, dass ich da war, weil ich werd in der nächsten Zeit mit noch mehr interessanten Leuten Content machen können, die ich vorher vielleicht nicht kannte. Ich hab mehr Optionen für Games, Spiele, die ich bisher nicht spielen konnte, weil mir einfach die Mates gefehlt haben. Die kann man dann mal wieder aufgreifen mit anderen Streamern. Das ist also auch ein großer positiver Aspekt, find ich. Really nice. Was? 50 Prozent? Ja, ja. Als Affiliate kriegst 50 Prozent. Nix, ja, ja. Das ist die Wahrheit. Hälfte kriegst der Glatzkopf. Äh, Pilot Petrov, Nabenz. Ja, war denn von euch einer da? Würde mich mal interessieren. Wie war es denn für euch? Oder habt ihr es nur online geguckt? Habt ihr Streamer geguckt, die da waren? Habt ihr gar kein Interesse daran? Wollt ihr gerne mal hin? Ja, als Partner kriegt man mehr und je nachdem, was für einen Partner du bist, kriegst du halt noch mehr oder noch weniger. Also, es ist halt, bei Twitch ist es halt, naja, reden wir nicht drüber. Je nachdem, wie groß du halt bist. Ach so, du meinst das? Ja, ja, effektiv sind es noch weniger als 50 Prozent. Klar. Da hast du recht. Das stimmt allerdings. Ich dachte, du meinst, ich kriege mehr. Ne, tatsächlich, unterm Strich kriegt man sogar noch weniger. Ja, das ist richtig, weil es immer noch mal umgerechnet wird. Naja, und dann sind die Subs ja noch günstiger geworden. Das heißt also, wenn im letzten Jahr, im Juni, 600 gereicht hätten, um zu sagen, okay, davon kann ich alles bezahlen, was irgendwie so an Kosten hat, wobei man das natürlich jetzt mit Strom- und Gaspreisen auch, muss man vorsichtig sein, wahrscheinlich noch schlimmer wird. Aber jetzt muss natürlich noch mal einen ordentlichen Batzen draufrecheln. Außer, natürlich sollte man eigentlich meinen, da die Subs günstiger geworden sind, wird es der eine oder andere vielleicht eher machen. Aber aktuell, man sieht es ja. Es sind aber auch halt nicht gerade goldene Zeiten für die meisten Leute. Von daher absolutes Verständnis dafür. Und deswegen versuche ich halt jetzt bei YouTube mehr Gas zu geben. Und auch der Zweitkanal war eine gute Idee, weil dadurch kommt ja auch noch mal ein bisschen was rein, sodass es dann auch noch reicht. Aber also, Riesensprünge kann ich nicht machen und ich könnte jetzt nicht auf drei, vier so eine Events noch fahren. Das kann ich nicht bewerkstelligen, selbst wenn ich es absetzen kann, weil du musst ja trotzdem irgendwie auslegen. Und irgendwann ist Budget halt weg. Ist nicht so, als würde man in der Kanalgröße hier hunderte, tausende oder zehntausende Euro verdienen. Das definitiv nicht. Stream im Dunkeln. Ja, witzig. Nur das Licht ausmachen, um Strom zu sparen und zwei Rechner laufen. Yippie. Stimmt, der Dune-Trailer war auch geil auf der Opening Night Live. Recht hast du. Habe irgendwie null Interesse daraus, Leute aus dem Internet in Person zu treffen. Wenn du bist von denen enttäuscht oder die von dir. Wahrscheinlich ja. Obwohl, also, irgendwer hatte das getwittert, dass er mich gesehen hat und hatte noch da drunter geschrieben, ist viel netter als in seinen Videos. Also, klar, manche Videos kommen ein bisschen schnodderig rüber, weiß ich auch. Aber generell, glaube ich, bin ich eigentlich ein relativ umgänglicher Typ. Also, ich bin, glaube ich, nicht so ein schwieriger, in der richtigen Gesellschaft, wenn man sich richtig trifft, bin ich eigentlich, glaube ich, kein so schwieriger Gesprächspartner oder so. Also, keine Ahnung. Ich bin eigentlich relativ entspannt bei den meisten Sachen. Ja, ja, genau. Die ganzen Festivals und so haben mir vorher schon die finanziellen Hosen ein bisschen ausgezogen und jetzt, ja, die Gamescom war dann der Sargnagel. Jetzt ist erst mal Pause mit Events. Aber es ist ja auch erst mal nix. Und das ist auch ganz gut so. Jetzt ist auch mal wieder ein bisschen ein normales Leben erst mal wieder angesagt und mal wieder klarkommen. Mein Sohn und Mann hat mich eine ganze Woche nicht gesehen. Da möchte ich jetzt gar nicht daran, und ich habe ihn eine Woche nicht gesehen, da möchte ich gar nicht daran denken, jetzt noch von zu Hause weg zu sein. jetzt eben gerade. Bist du noch nicht Partner? Nee, bin ich absolut nicht. Also ich habe tatsächlich mich vor ein paar Monaten nochmal aus Spaß beworben. Da kam nix bei raus. Also ich werde es jetzt nochmal versuchen, weil jetzt, ich glaube seit ein paar Tagen aber erst, haben sie es geändert, dass man tatsächlich dann auch endlich auf YouTube streamen darf, auch wenn man Partner ist bei Twitch. Natürlich nicht gleichzeitig, glaube ich, bei YouTube nicht. Bei TikTok, glaube ich, Insta oder so darf man oder Facebook. Aber YouTube nicht, aber das macht auch nichts, das will ich ja gar nicht. Aber ich will halt natürlich gerne trotzdem meine YouTube-Streams weitermachen, weil ich finde es immer besser, wenn man noch eine Ausweichplattform parat hat. Es kann genauso gut sein, dass YouTube irgendwann einen irgendwie wegstrikt oder das Twitch dich bannt. Man weiß es nie und es sind Leute schon aus den unsinnigsten Gründen gebannt worden und dementsprechend möchte ich lieber zweigleisig fahren. Und das geht wohl jetzt und dann werde ich es nochmal probieren. Und dann wird es natürlich auch nochmal wieder ein bisschen angenehmer. Wobei man dann auch sehen muss, also ich bin mir ziemlich sicher, dass man die guten Verträge in der Größe hier auch noch nicht bekommt. Da brauchst du schon noch mehr, mehr Zuschauer im Durchschnitt. Aber das probieren wir dann aus. Sirup-Gedanke, Alter. Erstmal schön, dich mal wiederzusehen und danke für die vier Monate. Ich hoffe, es geht dir gut. Und Tele-Buy-Kassettensystem, alte absolute Kanallegende mit 42 Monaten. Ich bin mir sicher, dass du mindestens auf dem Treppchen stehst, wenn du nicht sogar Erster bist. Ich weiß es nicht ganz genau, aber du bist auf jeden Fall eine ganz große Kanallegende hier. Du durftest schon immer auch auf anderen Plattformen streamen, nur nicht parallel und der Twitch-Content ist 24 Stunden Twitch-exklusiv. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Partner durften nicht auf YouTube streamen. Das gilt, was du meinst, sind Affiliates. Da steht das so drin, wie du das sagst, ja. Halte mich wecker, du weißt, Unkraut vergeht nicht. Ja, das stimmt. Wie gesagt, also das haben sie jetzt geändert, aber bis vor, wir haben uns da mit allen Twitch-Leuten jetzt gerade vor ein paar Tagen drüber unterhalten, also Streamer, nicht Twitch-Mitarbeiter, dass das jetzt gerade geändert wurde, dass du halt auf YouTube auch streamen darfst, aber eben nicht Multistream, parallel, sondern halt einfach zusätzlich. Das ging vorher nicht. Das war ja auch der Grund, warum ich mich auch jetzt dann am Anfang gar nicht mehr als Partner beworben hatte. Das letzte Mal war auch mehr so als Gag, weil ich mal gucken wollte, was ich hier angeboten kriege, falls ich überhaupt angenommen werde, weil zahlenmäßig reicht's eigentlich zum Partner. Aber irgendwer bei Twitch guckt sich meine Bewerbung immer an und ignoriert die oder will das vielleicht auch einfach nicht, keine Ahnung. Ich weiß, es gibt durchaus Leute, die verstehen meine Art vielleicht auch einfach falsch. Ist ja nicht so, als würde ich nicht immer mal wieder Kommentare lesen, die sich darüber beschweren, wie schnodderig und assi ich bin und dass ich ja meine Meinung den Leuten aufzwänge und so, wo ich mir die ganze Zeit denke, das muss einfach an der Tonart liegen. Das muss einfach an meiner Stimme liegen, weil rein inhaltlich könnte nichts weiter von der Realität entfernt sein als solche Vorwürfe. Ich mach mir ja selbst über Kritik Gedanken, die völlig dämlich eigentlich ist und überleg mir nochmal, Mensch, ist da vielleicht was dran? Das machen die Meister schon nicht, wo wir ja eben schon drüber gesprochen haben, ne? Wegblocken und fertig. Schön in der Bubble bleiben. Genau. Deswegen ist, äh, das ja so ein großes Ding gewesen mit Dr. Disrespect damals, dass er dann zu YouTube gegangen ist. Und dann ist doch Tim auch zu YouTube gewechselt. Hätte er nicht komplett wechseln müssen, nur um mit dem Doc zu spielen. Hätte er auf YouTube einen Kanal gemacht, hätte da gestreamt, im Doc gespielt und hätte er trotzdem Twitch weitermachen können. Aber da man es nicht durfte, sind die komplett drüber gewechselt. Und irgendwer noch, Dr. Lupo, glaub ich, ne? Ich hör nur Englisch sprechen, wenn du den Mund offen machst. Das ist klar. Du darfst den Namen hier nicht aussprechen, du bist kein Partner, Eddie. Man darf den Namen nicht mal aussprechen? Das ist ein Witz, oder? Ich meine, gut, ich stelle mir bei Twitch traue ich alles zu. Stell dir mal vor, jetzt 24 Stunden Bann. Und dann gibt es auch ein Video dann, das glaubt man. Leute verstehen die norddeutsche Schnauze nicht. Ja, gut, das ist ja, aber das hat man ja immer. Also auch abseits von Content, wenn man irgendwo mal südlich des Weißwurst-Aquators unterwegs ist. Fischi hat den letzten Scherz, wenn man sich gepiept dafür. Okay. Bante dürfen kein Thema sein. Aber, Alter, ganz ehrlich, das ist, also ich glaub's sofort, weil ich kenn Twitch, aber, ey, nee, das ist Zensur, tut mir leid, das ist die maximale Zensur einfach. Aber es ging ja auch nicht um ihn, es ging ja um YouTube-Streams. Er war ja nicht Gegenstand des Themas an sich, sondern nur ein Beispiel, aber wie auch immer. Also gut, reden wir halt nicht weiter drüber, sicher, sicher, aber das ist super albern. Schon traurig, kannst du auf Twitch-Sex haben, wirst sieben Tage gebannt, erwähnst du einen anderen, der gebannt ist, hast du halt mehr Ärger. Ist das echt so? Das wäre richtig dumm. Also, wieso darf man in seinem Stream nicht einfach reden, worüber man will, solange das nichts, also hä, was, welchen Sinn soll das haben? Da sieht man als Plattform noch aus wie die letzte Zensurapparat dann. Ist das das Image, was die anstreben, oder was? Ich mein, gut, machen wir uns das vor, es gibt schon jede Menge andere Ausdrücke, wegen denen man hier Probleme kriegt, wo man sich echt so denkt, Alter, bestellt euch mal eine Pizza mit Eiern drauf, wegen drei Snowflakes muss man jetzt nicht aber komplett zum Weichei werden, wenn der Stream ab 18 ist, ist der ab 18. Dann sollten das auch nur Erwachsene gucken, oder Leute, die zumindest erwachsen genug sind, um auch den Humor dabei zu verstehen. Ich finde diese ganze Zensurmüll sowieso absoluten Quatsch. Also auch, sorry, auch harte Beleidigungen und so, und auch politisch unkorrekte Sachen, ich finde, zensieren ist immer die falsche, ist immer der falsche Weg. Da fühlen die sich nur bestätigt und bleiben in ihrer Bubble, wenn die nie Teil der Gespräche sind. Genau aus dem Grund unterhalte ich mich ja auch mit den ganzen, in Anführungszeichen, Idioten, die hier rumhaten teilweise, weil ich mir denke, nein, man kann darüber sprechen. Und selbst wenn der es nicht lernt, dann lernt es vielleicht noch 30 andere, die das Gespräch mitverfolgen, die vielleicht noch nicht komplett verblüdet sind. Über Sachen reden schadet nie. Naja, manchmal schadet es, aber ihr wisst, was ich meine. Egal, wir reden einfach gar nicht mehr drüber. Wie gesagt, es ging ja auch gar nicht um Voldemort, sondern es ging ja einfach um das Thema YouTube-Streaming und so. Und da das jetzt definitiv geht, werde ich mich ja auch nochmal bewerben. Mal gucken. Vielleicht klappt es ja. Vielleicht auch nicht. Doch, deutlich länger über die Gamescom jetzt gequatscht als gedacht. Gut, wir sind auch ein bisschen abgedriftet zwischendurch, aber das kennt man ja schon. Aber vielleicht sehen wir uns dann nächstes Jahr auf der Gamescom. Also wie gesagt, der Unterschied von 2019 zu diesem Jahr war absurd. Da hat man sich ja schon fast gefühlt wie ein Star, so oft wie man dann angesprochen wurde von irgendwelchen fremden Leuten. Ist auf jeden Fall für mich immer noch ein bisschen befremdlich und Neuland. Aber das liegt auch ein bisschen daran, ich kenne ja persönlich auch sehr viele Leute, wo ich vielleicht mal ins Gespräch gekommen bin, was vielleicht ein Jahr oder zwei her ist und man kann sich nicht sofort wieder an irgendwelche Namen erinnern oder ist sich nicht sicher. Habe ich den jetzt schon mal getroffen? Und Fans sind scheinbar, also das hatte ich sehr oft so, dass sie halt ankommen und es war so, ey Eddie! Und du denkst dir so, muss ich ihn jetzt kennen oder erkennt er mich einfach? Also das weißt du halt in dem Moment nicht und dann guckt man immer in so einen Moment so wie so ein Dulli wahrscheinlich erst mal so, muss ich jetzt einen Namen wissen oder kennen wir uns noch gar nicht? Denkst natürlich auch als Fan nicht dran, wenn du jemanden ansprichst, aber das war halt so immer das Einzige. Ich muss dann immer erstmal überlegen, kenne ich den jetzt irgendwie von einem Event oder von einer Sauftour oder einfach so oder das Thema, mit dem ich mal im Discord gequatscht habe oder ist einfach ein Fan? Aber war schon sehr, sehr cool. Also sehr nice, das Feedback halt direkt von den Leuten mal zu bekommen und einfach auch mal kurz zu quatschen. Und wie gesagt, also vielen Dank nochmal an alle, die da mal Hallo gesagt haben und dass man einfach mal einen kurzen Moment mit euch sich normal und cool unterhalten konnte. Das war sehr angenehm und zeigt halt immer auch mal wieder, dass die meisten Leute und die überwiegend meisten Leute den Content so verstehen, wie er gemeint ist und das macht mich stolz und glücklich. Von daher auch da nochmal vielen, vielen Dank für den Support und die netten Worte und alles.